Ja. Also... Bitte in Charakter, ja mit... Das glaub ich nicht. Also mal überlegen, ich glaub beim Scenararium sind wir das letzte Mal. Zum Start gleich hin, oder? Ja. Vor was? Ja. Auf jeden Fall auf dem Weg einer der Aufgaben von Geb zu erfüllen, wie das natürlich immer so schön gekoppelt ist. Einerseits für das Ritual, die nekromantischen Quellen in den überfluteten Katakomben zu reaktivieren. Andererseits hat uns Seldec dort... Ist er dort, glaub ich, auf uns gewartet? Oder sollte er mit uns mitgehen? Auf jeden Fall sind wir dort hingegangen, haben dann den Weg nach unten gefunden, nachdem wir kurz gegen so mehr Folk gekämpft haben und eine Falle in einem langen Gang überlebt haben. Dann sind wir in ein Becken gesprungen, wobei Wes sich nicht getraut hat, ins Becken zu springen, aus Angst, sein Feuer wird vergehen. Dann sind wir sehr lange heruntergetaucht in einen Raum mit zwei Gräbern oder Sarkophagen, aus dem dann plötzlich zwei Mumien kamen, die unter Wasser uns ziemlich mit Wirbeln oder Wasserwirbeln, wie auch immer, Ärger gemacht haben. Und dann im letzten Raum... Zu strudeln haben sie euch die ganze Zeit weggegeben. Ja, ist das Wort nicht eingefallen. Ein strudeln. Und dann war ein riesiges Monster im letzten Raum, in dem eine Art Apparatur in der Mitte stand und die vier Ecken mit nekromantischer Energie verbunden war oder wie auch immer. Und dieses Monster hat sich dann besonders eingeschossen auf unseren Baron. Es ist durch den ganzen Raum hin und her gehuscht. Hauptsache der Baron wird gefickt. Wir haben es dann geschafft, das zu erlegen und auch die Energie, die nekromantische Quelle wieder zu reaktivieren. Danach hat Pipipupu den Zeldek sogar in einem versuchten Duell zu schlagen herausgefordert. Zeldek wollte flüchten, hat es dann nicht geschafft zu entkommen und wurde erschlagen. Wobei man noch mal dazu sagen muss, das Pipipupu natürlich mit allen dreckigen Mitteln gekämpft hat man. Wenn der Zeldek absolut nicht fand, ist das... Das ist ein schwerer Fall. Klammern, der muss die Leute unterhalten. Der muss die Leute unterhalten, das ist alles Show-Junge. Also als alter Arena-Profi und Affe hat er natürlich alles zu seiner Verfügung stehende genutzt, um es zum Spektakel zu machen. Auf jeden Fall haben wir diese Aufgaben erfüllt. Danach haben wir uns überlegt, wo wir weitergehen könnten. Haben uns dann entschieden für den Leuchtturm in Ossumhaber, wo wir dann nach dem Eintreten ein kleines Räumchen gefunden haben, wo eine Leiche unterhalb des Bettes lag. Wir wissen, dass der Leuchtturmwächter ein Wick ist, was uns dann etwas gewundert hat, dass diese Leiche unter dem Bett vermodert. Dann sind wir nach unten in den Keller gegangen, haben dort diesen Leuchtturmwächter entdeckt, der sich sehr merkwürdig und auffällig verhalten hat. Dann sind wir in die weiteren Räume gegangen, haben dort, äh, was haben wir dort entdeckt? Was warst du für einer? Einen rapierschwingenden Elf oder was das war? Auf jeden Fall haben wir den auch erledigt, den Leuchtturmwächter gleich mit dem Ort noch erledigt. Haben dann in dem Lagerraum oder was es ist mit vielen Kisten ein Erz entdeckt, eine Art Stein, das dann irgendwie wie eine Art Falle oder so reagierte, als es berührt wurde, ich glaube von Bunny. Und da waren wir geendet. Genau. Einzige Korrektur, die ich hätte, ist, ähm, der Leuchtturmwärter, soweit ihr wusstet, war kein Wick. Achso. Sondern es war ein sehr, ähm, das war so, es wurde so, ich habe den Namen jetzt vergessen, von der Rasse. Ähm, aber das war so eine Art Untoter, der sehr übel riecht, von Natur aus schon. Ah, okay. Ja, warum? Deswegen auch diese Gummistiefel und die Sachen, die er gefunden hat, die irgendwie sehr, sehr übel gerochen haben doch. So sei es. Mhm. Also wahrscheinlich war der Typ, den ihr hier unten gefunden habt, wahrscheinlich war das gar nicht der Richter. Genau, und die, äh, dann habt ihr hier noch nur so eine Falltür habt ihr gefunden. Ähm, die habt ihr auch noch nicht aufgemacht, denn, ähm, Bunny hat einen dieser, äh, Grundbausteine oder wie sie hießen, ähm, entdeckt und wollte den, ähm, naja, an sich nehmen, denn das ist ja euer Auftrag für Gib. Und, ähm, ja, sie wurde davon zurückgeschleudert und konnte es irgendwie nicht herausnehmen, das Ding. Und jetzt befindet ihr euch gerade in einem Kampf anscheinend, weil das wohl irgendeine Art von Falle ausgelöst hat. Und da fangen wir heute an. Und Wes wurde durch diese, durch das Zurückschleudern wurde Wes auch erwischt und ist jetzt irgendwie gegen die Wand, ist er geflogen mit dem Kopf gegen die Wand und da ist er jetzt irgendwie bewusstlos am Boden. Er oder sie? Er oder sie oder es oder... Ja. Der Game weiß selber nicht, dass sie geschleudert sind. Whatever XY-Pronomen, äh, gerollt, angenehm sind. Ich habe ihnen aber keine Pronouns angegeben, also... Ja, ja, ja. ...erlebt man ja eigentlich auch nur ein, das blinder zu werden. Also ist alles erlaubt. Okay, also die, die Wes... Die Wes-Sternchen innen fliegen gegen die Wand? Und sind jetzt da wupslos? Die Falle war hier, oder? Also genau, schon hier. Ähm, genau, die war, die war ungefähr da vorne, wo auch die Falltür ist. So, der Encounter geht los. Praktischerweise ist die Falle dran. Ist die Falle was? Ist die Falle was? Die Falle ist dran. Und von der Falle. Kannst du mal wiederholen, was die Falle ist? Geht aus. Ich entscheide jetzt einfach mal, dass, äh, der Stein ungefähr da ist. Und vom Stein geht... Wie kann der Stein denn da sein, wenn Anni ihn angefasst hat und nicht der Baron? Sie wurde doch zurückgeschleudert, oder? Ja, sie wurde schon zurückgeschleudert, genau. Genau. Sie sind sicher. Zuverlägeweise genau da, wo ich in Sicherheit bin. Sehr. Ihr macht... Anni hat einfach Glück. Einen Basic-Reflex-Safe. Einen Basic-Reflex-Safe. Sei es hier, Gott sei Dank. Das ist mein Skill, ne? Nein, aber nicht. Wobei, ich muss da keinen machen. Ich weiß nicht, ob ich drin bin, aber... Du bist nicht drin. Du bist nicht drin. Seht ihr das nicht? Ja, die Farben sind kleiner als der Kreis. Das sind wir nicht sicher. Ah, es ist der Kegel, nicht der Kreis. Okay. So, der DC ist 42. Ui. Dementsprechend kriegt ihr hier Damage. Google Check. Und ihr werdet alle 5 Fuß von diesem Ursprung zurückgeschleudert. Und die, die gefällt haben, werden 10 Fuß zurückgeschleudert. Wenn du die Pause weg musst. Weg, schmuf gerne. Das kann ich natürlich sehr gerne für dich tun. Ipi-pupu. Ja, was? Auch du, 5 Fuß. Crit-Success? Ja. Was? Versorg. Ihr werdet immer... Könnt ihr euch gerne merken schon. Ihr werdet immer 5 Fuß zurückgeschleudert. Egal, was ihr würfelt. Nur bei einem Fail, oder niedriger natürlich, sind es 10 Fuß. Bruder Knochenrug. Der Bruder... Also ich... Ich kann... Ja, rede. Sprich. Mein Kind. Sorry, äh... Wo ist mein Bär? Ich kann nicht rausziehen, immer noch nicht. Du bist doch froh, sonst stirbt... Willst du den unbedingt haben, oder wartet der oben? Der kommt jetzt in die Falle reingerannt und stirbt sofort. Ist ja auch was... Ja, voll. Nein, egal. Dann lass ich ihn da sein. Sorry für den Griff. Ich will... Ich hab tatsächlich vorhin noch dran gedacht, aber ich dachte mir... Ich glaub... Der wird dir hier wahrscheinlich eh nicht helfen können. Also der wartet dann vielleicht einfach um. Voll voll. Der chillt. Wie immer. Bruder Knochenruh, was tust du? So. Ja. Der Bruder... Hier sieht sich das alles da genau an. Merkt, dass da alle zurückgeworfen werden. Das tut er. Sehe ich den Stein von da? Ist das wirklich so ein Stein, oder ist das einfach nur symbolisch gedacht, so ein Grundvorstand? Ich sag mal, nachdem Bunny ihn ausfindig gemacht hat und der jetzt auch schon wirklich so Energien aussendet, siehst du, wo der ist. Kannst du dir so einen glühenden Stein vorstellen? So ein bisschen hellblau leuchtet. Dann seh ich den eben mit meinem dritten Auge. Apropos drittes Auge. Willst du uns helfen? Nein. Pipipu. Also hier wird er. Pipipu. Pipipu. Check. Ich krame. Ich suche mir ein Trinket von meinem Gürtel, mit dem ich denke, dass es mich beschützen wird vor diesen Energien. und versuche da zum Stein hinzugehen und ihn aufzuheben. Was passiert? Wie würdest du denn probieren, den aufzuheben? Also nochmal, um das zu erklären, das ist jetzt nicht irgendwie ein kleiner Fels, der da irgendwie rumliegt oder so, sondern das ist wirklich ein Stein, aus dem dieser Turm quasi gebaut wurde. Achso. Ich würde mit meiner, was habe ich nochmal, mit meinem Schwert gegen diesen Stein schlagen, in der Hoffnung, dass etwas absplittet und dass das Gabe vielleicht genügt. Okay, dann mach mal einfach eine Attack Roll mit dem Schwert. Einfach eine Attack Roll. Ja. Oder was? Wiesen. Das geht auch. Du haust dagegen, du haust dagegen, es macht klung und dein Schwert vibriert so ein bisschen, aber... Entschwert vibriert. Entweder muss da wirklich einer mit richtig viel Kraft ran und das Ding quasi förmlich da aus der Erde rausreißen, aus diesem Turm rausreißen oder es müsste jemand mit sehr viel Fingerspitzengefühl, vielleicht ein bisschen Werkzeug, da quasi ein bisschen rumhantieren oder vielleicht irgendjemand, der sich vielleicht mit so Konstruktionen auskennt, wie dem Turm, also sprich so ein crafting-begabter Mensch, vielleicht noch einen kleinen Hammer dabei hat oder so. So könnte man das vielleicht entfernen, das Ding. Dann analysiere ich die ganze Situation und sage Pipipupu. Das ist ein Job für dich. Geh wieder dahin. Ich auch. Pipipupu, Jack. Geht nach vorne natürlich. Pipipupu, man ist natürlich weiß, wie man sowas macht. Beugt sich nicht nach vorne in den Rücken, sondern man geht in die Knie natürlich. Man geht in die Knie, wenn er fast keine mehr hat man und versucht den Stein hochzuheben. Seine Maden aus dem Bauch helfen natürlich mit. Okay, das ist schon mega. Okay. Und das ist in der Tat ein Success. Du entfernst den ersten dieser Grundbausteine. Dann geh ich nochmal in die Knie. Noch drei übrig. Pipipupu, Jack. Wir sind alle vier auf dieser einen Stelle. Nein. Das ist nur ein Stein. Ein Stein ist hier. Oh, die anderen sind Wissler noch nicht, oder? Aber der Kampf geht weiter. Mhm. Leuchtet noch irgendwas hier in der Nähe? Nee, es kam ja auch nur eine Welle bis hier. Dann gucke ich hier mal in den Raum. Sehe ich irgendwas leuchten. Schaust auf die gleiche Stelle in dem Raum wie hier praktisch. Ob die da vielleicht ein Stein... Mach mal einen Perception-Check. ...kisten leuchtet. Nein. Leider nicht. Sehe ich mit meinem krassen dritten Auge, das denn nicht? Was macht denn dein krasses drittes Auge? Ähm... Magic Detecton auf neunten Rang. Detect the Magic? Ähm... Und er sieht alle Auren und nicht nur die stärkste. Mhm. Weiß ich viel. Ja, ich sag mal... Auch für den Sake, dass es nicht so lange dauert. Ähm... Du spürst noch drei ähnliche Auren aus dem Norden. Aus dem Norden. Veron, ich fühle etwas. Ach, warte mal, da steht ja Calcium, oder? Stimmt. Okay, ja gut, wenn Calcium da steht. Warte mal. Ja, hast du... Es tut mir leid, den habe ich komplett übersehen, aber... Danke, dass ihr mich daran erinnert. Soll ich ne Reflex-Safe machen, ja? Ja. Warte. Ja. Drei bitte. Und Calcium ist in Gefahr. Was? Du musst drei Reflex-Safes bekommen. Drei Reflex-Safes. Drei Reflex-Safes. Er wird zerfetzt von allen Seiten gleichzeitig. Aber ich will Reflex-Safes. Dann ist es, äh, Success. Fail. Crit. Success. Success. Ups, jetzt habe ich gedrückt. Jo, einmal 80, einmal 40 Damage. Und dann wird er einmal... Ja, also, er wird einmal nach rechts 5 Fuß geschleudert und einmal nach unten 10 Fuß. So. Jetzt kann es weiter gehen. Was war das? Habt ihr das gehört, Bruder? Ja, mein Sohn. Ich glaube, das ist da oben. Ich glaube, da sind noch mehr von diesen Grundbausteinen. Pipipupu, schnell! Sehe ich die jetzt hier schon leuchten? Soll ich noch... Geht nicht warten lassen. Jo. Also soll ich machen, oder sehe ich schon leuchten? Genau, nochmal. Jetzt siehst du sie definitiv. Und dann zeige ich auf die... Pipipupu, hier! Ich habe die Richtung vernommen. Ich nehme an, hier in der Nähe ist einer. Fingerspitzengefühl ist mein zweiter Vorname. Ich nehme an, Fieber Recheck heißt das. So, ich hab's euch mal genau markiert. Ich versuche... Ah, 49. Wie besser wird's nicht. Oh, du... Ähm... Okay. Ja, dann. Krass. Ähm, ja. Also, bei der Falle steht, dass die Falle natürlich aus allen Vieren der Keystones besteht. Da steht aber auch, dass man mit einer 48 von dem Legendary Thivory Roll, oder höher, alle Steine auf einmal direkt deaktivieren kann. Ja, schade, das war... Sarah! Also, Sarah, der schlängelt sich da quasi durch den Raum. Er sieht instant genau, wo er hin muss. Der Baron zeigt natürlich direkt, ja, da sind sie, die Steine. Und schlängelt sich halt geschickt durch. Und instant, also muss gar nicht viel groß rumprobieren. Du weißt genau instinktiv, wie du das da rauskriegst mit... Keine Ahnung. Was du da so dabei hast. Die sind miteinander verbunden. Da gibt es keine... ...Leighlines oder so, die die verbindet durch den Stein. Und ich merkele da herum, ohne die Enden zu zerbrechen, sondern verbinde sie gleich wieder so, dass sie dann nicht mehr auslösen können. Und genauso ist es. Es ist gelungen. Schon wieder, was ist mit dir heute? Und ich reiß den Stein hier raus. Das war pipipupu natürlich. Foundational Keystone. Bam, bam, bam. In den Stash, weil sie auch kein Gewicht haben. Gute Arbeit, meine Kinder. Gehen wir zufrieden sein. Gut gemacht. Was heißt hier, meine Kinder, wie alt bist du? Mein Sohn. Ich bin... Mein Alter ist unwichtig. Ist wahrscheinlich der Jüngste. Möglich. Das Alter ist nicht, wie lange man gelebt hat, sondern wie man gelebt hat. Warum? Was sagen die Gelehrten? Wer sich sein Leben lang in einer Ecke versteckt, erlebt nichts. Hat das Gebt geschrieben? Wenn nicht, dann... Kötze. Verbränt die. Ich hab' mir sonst noch nie ein Buch gelesen. Ich habe keine Augen. Ich bin ich. Ich habe jedes Buch gelesen, das Gebt geschrieben hat. Hat er eins geschrieben? Ne. Die Auszeige. Ich auch. Jeder Jüngste. Ich auch. Jeder Jüngste. Guten Abend, Mehlandsturm. Willkommen, willkommen. Nur denn wir müssen noch zur Spitze. Dann schlängelt euch voran. Was ist denn? Zu mir. Schild erhoben. Schleiche ich vor, wie immer. Wir haben die Räume schon durchsucht. Das weiß ich noch vom letzten Mal. Unten, ja. Also so weit, wie wir halt konnten. Die 20 Viecher vom Baron. Ah, was war mit der... Was war mit der Falltür? Stimmt. Oh. Der Bruder ruft noch. Die Falltür! Ihr habt recht. Lasst sie mich anschauen. Ich schaue sie mir an, ob sie verschlossen ist. Mein Schild erhoben. Schaue ich kurz zum Bruder, weil der Magic erkennt. Ich habe das Gefühl, nichts zu fühlen. Dann öffne ich vorsichtig die Falltür. Alles klar. Und... Das erste, was du vernimmst, als du diese Falltür öffnest... Sind erschreckte Schreie. Das könnten ungefähr so... Grob geschätzt... Weiß nicht, so... Sechs bis zehn sein, oder so. Einfach nur so ein schnelles... Und dann ist es still. Macht euch Kampfbereits. Und ich gehe runter. Zieht eure Schürzen an. Jetzt wird's lecker. Ich habe auch Hunger, wenn ich ehrlich bin. Frisches Quickfleisch. Mh... Ich rieche es. Komm jetzt. Und ich raus da. Sonst tue ich es. Kletter schon runter. Zerrat klettert runter. Klettert ihr alle hinterher direkt, oder wartet ihr? Natürlich. Ich habe Hunger. Nach Pipipopo gehstellt. Ich... Ich segne das... Mal von hier oben. Oh, danke, Gib! Was macht der Rest? Bruder und Bunny? Ich segne dieses gesegnete Mal von hier oben. Alles klar. Ja? Aber wenn die Kretze oder so haben oder Läuse, dann will ich die vorwaschen. Das... Eigentlich ja nur ein Geschmacksverstärker. Ja. Aber selbst wenn du krank werden würdest davon, könnte der Bruder dich... Ich will den reinen Geschmack des Fleisches schmecken. Keine Verfälschung. Was ist, wenn ich die da unten vorher heile? Ich kann irgendwo... Kann ich irgendwas... Könnt denen... Ich habe ein Gefühl, dass das ein anderer tun wird. Ich hoffe es. Auf jeden Fall. Klettert ihr. Finde ich ein bisschen komisch, dass du dir das reinziehst, wenn sie nicht mal scoutet. Ja, ich sag auch, dass ich will scouten. Ihr könnt euch das auch reinziehen. Nein. Nee, das mache ich schlecht. Das finde ich... Ja. Grant your allies a plus two circumstance bonus. Bleibst du oben oder gehst du mit runter bei denen? Ähm... Ich schleiche runter. Du kannst nur entweder oder machen. Also schleichen ist eine eigene Exploration Activity und scouten ist eine eigene. Achso, okay. Wenn du nicht ein Feet hast, dass du das immer machst, dann müsstest du es aktivieren. Bei Actions kannst du oben den Reiter Exploration draufklicken und dann auf... Achso, ist ja schon active. Passt schon. Also sie klettert auch runter. Ja, aber ich scoute halt so... Dann ist es so. So, ihr klettert nach unten. Und ähm... Ihr seht schon, also ihr seht schon beim runtergehen, vor allem Sarah, der als erster runterklettert. Äh, du siehst schon, wie irgendwelche Schatten sich versuchen irgendwie unter Decken zu verstecken oder so. Und ähm... Nach kurzer Zeit kannst du dich aber genau umgucken und... Hier unten sind anscheinend zwölf... Leute. Sehr wahrscheinlich alle Quicks. Ähm... Von denen nur zwei wirklich... Ausgerüstet sind zum Kampf bereit. Von euch lebt niemand, oder? Bunny, oder? Nee, Bunny ist auch untot. Nee, okay. Sarah lebt. Sarah lebt? Oh, okay. Genau um das zu erleben. Alles klar. Das ist das Symbol von Pharasma. Ich hab eh Hunger, perfekt. Mhm. Ja. Sarah, du kommst als erster runter. Mhm. Die, äh, zwei stellen sich schützend vor diese anderen zehn Leute. Und, ähm... Gucken dich an. Richtig ängstlich natürlich. Ich mein so zu dir. Wer seid ihr? Was wollt ihr von uns? Legt eure Waffe nieder. Wir kommen in Auftrag, gebs. Wir gehen nicht zurück auf die Farm. Das könnt ihr vergessen. Niemals. Das ist mir egal. Wer seid ihr? Was tut ihr hier? Wir versuchen diese Leute hier aus Geb rauszubringen. Wie bitte? Die werden hier zu Tode geschuftet. Wer seid ihr? Das tut doch nicht zur Sache, wie wir genau sind. Was habt ihr vor mit uns? Sagt es uns, oder? Sagt es uns, oder? Schärf. Wir sind Verräter. Warte, warte. Ich erkenne es. Oh ja, ich erkenne es. Aber ich bin... Was sagt ihr, Daron? Sie brauchen Äther? Verräter, hab ich gesagt. Scheiße, warum sind noch mehr? Schnell, komm runter, Bruder. Ja. Wie habt ihr uns überhaupt gefunden? Ich dachte, wir hätten unsere Spuren verwischt. Unter einer Weittür? Warte, ihr seid doch... Warte, ihr seid doch... Ihr seid kein Untoter. Nein. Dann... Guter Herr, dann habt doch Gnade, wir... Wir sind von den Firebrands. Wir wollen einfach nur diese armen Leute hier... wegbringen. Die wurden zu Tode behandelt. Zu Tode geschuftet hier. Auf den Farmen. Sagt mir was, nehm ich an mit 39. Ja, das ist halt so eine Gruppierung von... guten Leuten, die versuchen die Sklaverei quasi zu beenden. Absolut widerlich. Das ist mir an sich egal. Ich dreh mich um zum Baron. Baron, wir haben nicht den Auftrag, alle zu töten, die wir finden. Lassen wir sie gehen? Nein, natürlich nicht. Es gibt ja einen Grund, warum sie hier arbeiten, oder nicht. Wieso wollen sie aus Geb herausgebracht werden? Das ist unsinnig. Sind das Sklaven, die ihr da beschützt, oder was? Natürlich. Na, dann gehören sie auch jemandem. Wen gehören diese Sklaven? Das sind Menschen. Das sind lebende Menschen. Die gehören niemandem. Nur sich selbst. Ist irgendeiner dieser Sklaven, gehört er mir? Wer seid ihr? Er kennt ihr das nicht? Nein, ihr seht aus wie eine Ratte. Was habt ihr gesagt? Wer hat das gesagt? Der rechte oder der linke? Der linke. Herr, beschrafe ihn. Habt ihr das gehört? Und ich hebe mein Schwert. Warte, war ja nicht so gemeint, aber ihr müsst doch zugeben, er sieht... Legt eure Waffen nieder, oder wir töten euch sofort. Ihr habt ihn gehört. Ihr vertraut keinen Untoten, aber... Legt eure Waffen sofort nieder! Ihr habt nur eine Wahl. Legt eure Waffen nieder, oder sterbt. Ihr habt... Könnt ihr uns dann... Könntet ihr vielleicht darüber schweigen, dass wir hier sind, dass wir... Nein. Könnt ihr uns eventuell sogar helfen, hier rauszukommen? Der Baron entscheidet über euer Schicksal. Ihr werdet ab sofort alle meines persönlichen Sklaven sein. Das... Nein. Das... Das... Nein! Lieber sterben wir! So sei es! Gut, da werde ich nichts dir helfen. Warum auch? Bruder! Threat Level Trivial. Ja, vom Thema auch aus, ja. Vanny ist als erstes dran. Äh... Ich will das mal probieren mit dem Archers Aim. Und ich attackiere mal den... Typ mit der Glatze. Und ich hunte den auch. Also Hunt ist gratis, wenn du das als allererste Action machst, gell? Ja. Aber... Haben wir nicht irgendwas eingestellt, dass ich... Wenn ich Hunter... Also Archers Aim mache, dass ich dann das Plus 2 irgendwo hab? Oder soll ich... Das ist dasselbe Hunter's Aim, sagen wir, vom Effekt, dass du Plus 2 bekommst. Genau. Wenn dein Hunter's Aim das gehighlighted ist, dann hast du die Plus 2. Ja, aber bei Hunter's Aim ist doch irgendwie so ein Nachteil, glaube ich. Der aber... Also für die Roll keiner... Ist egal. Wir wollen ja eh nur das Plus 2 haben. Für uns ist ja nur das Plus 2. Interessant. Du hast Minus 2, weil du innerhalb der 30 Feet zu ihm stehst. Aber das ist okay. Ist automatisch beeindruckt. Du hast auf die Linke geschossen, ja? Ja, auf den Rechten. Okay. Die, die nix sagen, sind die gefährlichsten. Ja, das trifft natürlich. Keine Ahnung, was für ein Ton das macht, wenn der Elektrizität Eis und Feuer drauf sind. Wer hat mich heute genommen? Ganz komisch. Der Linke. Die Linke. Und dann schieß ich noch ein. Ida, lass die am Leben! Die werde ich... die wird zu meiner persönlichen Sklavin. Alles klar. Also bevor du einen normalen Attack machst, kannst du ihm einen Assisting Shot machen. Wenn du schon einen Map hast, dann kriegen wir noch einen Bonus auf Hits. Ah, okay. Dann mach ich das nächstes Mal. So. Todesmutig stürzt sich diese Frau. Na, guck her. Natürlich sofort auf Server. Ich hätte gedacht, er läuft außenrum zum Baron, wenn ich ehrlich bin. Warum sollte sie auf eine Ratte schleifen? Was hast du gesagt? Ja. Einfach mit dem Schild geploppt. Das ist ja sad hier. Piu, 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 Piu. Hätte ich schon eine Reaction, könnte ich hier die Waffe aus der Hand reißen. Ich kann einfach blitzschnell hin und her, mach einen Wexing Fumble. Hier ist er, Mann. Nachher gegen... Bei ihr wäre hier Akrobatik. Gegen ihren Reflex, die sie ist ein Success. Die gehen bei mir Panache. Ich stehe hinter dem. Sarah und dem, ja. Und dann ein Finisher. Der kann bluten, Mann. Deswegen werde ich ihn auch zum Blut hinbringen. Endlich. Endlich. Ja, Mann. Ich schnee meine Rapie und schläge ihn ab. Und sie blutet, Mann. Und schläge meine Rapie ab. Mach eine Steppe gratis weg. Jetzt stehe ich da. Du stichst ihr so von hinten. Blitzschnell gehst du hinter sie. Stichst nach vorne. Sie spürt nur einen stechenden Schmerz in ihrer rechten Schulter. Die einfach dann durchbohrt wurde. Von dir das Blut spritzt raus. Du springst förmlich nach dem Bluten. Und steppe aber gleichzeitig weg. Und dann tanze ich nur während ich... Ich tanze hinter ihr. Das ist so behindert, dass man das nicht reinziehen kann. Ich faszinate. Das bringt die Hand. Die wird sofort angegriffen. Gar nichts eigentlich. Ich... Egal. Dann... Stepp dich doch nicht weg. Bleib einfach da stehen. Und versuche sie zu greppen. Ich grebe sie. Kletik ab minus... 5. Weil ich sie schon nicht attackiert habe. Oder nicht? Das klappt dann... Warte, wogegen geht das? Gegen ihr? Fortitude glaube ich auch. Krippe. Okay. Ich schaue die, die mich Ratte genannt hat, ganz finster an. Und fang dann an... Was war denn das für ein Effekt? Sie guckt halt nicht mal in deine Richtung, weil alle anderen viel bedrohlicher aussehen für sie. Ist egal. Ich fang an ganz laut so diese rattigen Zwitscher-Geräusche zu machen. Zu quieken. Zu quieken, ja. Ist ein Critical Success. Sie hält sich nur die Ohren zu vor Angst. Ich hätte eigentlich auch scared to death machen können. Ja nicht, ist das... Äh... Fleeing 1 oder wenn er lower Level ist. Habe ich ja sogar low. Das heißt... 30 Fuß, habe ich gemacht. Critical Success. Ich mache ein Fortitude-Safe gegen meinen... Intimidation DC, also 46. Und ist Incapacitation jetzt drin? Doppelt das Level vom Effekt oder wie wird das? Im Spell ist er doppelt das Spell-Level, aber da im Effekt, wie ist das? Ja, Level vom... Von mir. Von dir nicht, sonst müsste er Level 40 sein. Wala, bist du. Ist das nicht Fortitude-Safe? Ah doch doch. Mhm. A creature of higher level than the item creature or a hazard. Against the same benefits. Hm. Ist egal, sie hat einen Fail. Die beiden zwei fliehen für eine Runde. Der ist gleiche bei dem anderen. Zweide. Wie bitte? Geht auf beide? Ne, es geht noch an. Nur auf den linken, jetzt auf den rechten. Ja, okay. Da ist Frightened 2. Frightened 1? Zwei? Zwei. Ja. Weil? Steht oben, guck mal. Scared to death. Success, the target becomes Frightened 2. Achso, du hast demoralized 1. Okay. Und dann schicke ich Sabermaul. Los. Und sie kratzt auf. Was für ein Enttäuscher. So, mein Feind steht ja genau vor mir. Ist schon eingeschüchtert. Also tue ich mir leicht und schlage drauf ein. Ich schiebe mein Schild, weil warum nicht? Flurry of Blows. Einmal. Zweimal. Und hinter meinem Tower Shield kann ich sogar... Wo ist es? Take Covern. Und dann kriege ich plus 1 extra. Ich kann dir das im Discord posten. Aber ich bin fertig. Wo ist Bruder? Bruder kann übrigens, wenn er will, jederzeit runter, ne? Oder von oben irgendwas mit Long Range runtercasten, genau. Also beim Fortress Shield zählt das selber diese... äh, Fußnote 2. Wenn ich Take Cover mache, kriege ich den Wert plus 4 statt plus 3 AVC. Die werden das schon mal hinkriegen. Aber damit ich sehe, was passiert, springe ich mal runter. Du springst runter. Hui. Auf Bande. Wie ziemlich ist das? Du siehst eh nix. Dann mach mal einfach nur, for fun, mach mal einen Reflex-Safe. Ja, das ist okay. Du kommst unten so ein bisschen stolpernd auf, aber... Alles gut. Nix passiert. Das ist okay. So. Achso, die auch noch. Die mit dem Schild lässt du leben, die Frau. Oh. Die da auch ein Schild. Selber Mann. Wir haben beide Schilder, ja. Aber ich habe gesehen, auf die welche du gezeigt hast. Kein Problem. Steppt hier hin. Oh. 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 Nein. Ihr wurdet getroffen. Welch Schande! Oh Nino. Und dann... Äh, hebt sie noch ihr Schild. kann ich denn mit einem teil angreifen auch bei direkt vor mir steht ist glaube ich aber schon sonst geht es gar nicht dann steppe ich zurück es geht nicht an der stadt schon geht das eigentlich kann ich ein tatsächlich auf anderen feldern stehen ich habe auch kein weg jetzt anzugreifen muss ich auf dem feld gehen also kann ich zurücksteppen ok dann ist es zuerst zurück und jetzt schieße ich auf ihn dann lande ich auf deiner schulter aber ich habe vergessen das eben anzumachen egal dann halt ohne und dann probiere ich mal diesen assisten schaut hier und jetzt hat der nächste da angreift ein plus eins wegen assisten schaut also pipi pupu das ist krank der nächste der angreift bis du dran bist muss jetzt nicht pipi pupu bist ja also ich denke es wird pipi pupu sein next creature other than you maybe so die muss fliehen das heißt die muss mit vollem speed vor dir wegrennen ich schaue mal kurz ich disrupte die move action er bleibt noch stehen mit design action versuchts dann nochmal wegzulaufen ich muss es nochmal versuchen so ist es nämlich ist ja fliegen die muss es noch mal versuchen hat pipi pupu mehrere reactions für attack of opportunity nein stimmt nicht noch nicht ne für 20 theoretisch und dann ähm dann schmeißt sie noch ihre javelin die javelin sie muss alle actions benutzen zu fliehen aber sie kann nicht weiter fliehen sie ist in der ecke also wäre doch das logischste was sie tut sich zu wehren egal ist eben vorbeigegangen ich glaube da steht doch irgendwas was man da macht pipi pupu jack sie blutet sie blutet aus alles voller blut hier pipi pupu tänzelt um alle gegner herum ich hab sogar blut hingemacht für dich die reflex höher als 41 in plus 1 sieht so aus kannst du dir erzählen lassen also success ist gut das ding könnte ich angreifen eigentlich aber er steht kack hermann kannst du nicht da rumtanzen mit ihm das war der freund schau mal beruhige dich dann mache ich einen leading dance mach endlich pipi pupu nur wegen dir dauert es immer so lange hier pipi pupu check pipi pupu check dann tänzeln wir zusammen ich pack ihn von hinten an der hüfte mann und wir shaken so mann Penis an Arsch nach links komm ich muss auch was boah jetzt wird es richtig homoerotisch nicht so das tanzen den muss ich auch da hinstellen bei dem 5 Fuß nach links jawohl und dann steche ich auf den Eimann und ich bring ihn auch zum bluten denn es macht so viel Spaß Leute zum bluten zum bringen und bum bum und dann steppe ich weg um Platz zu machen für andere Leute gut geil pipi pupu ey sehr unglaublich der Saberbau nutzt auch die Chance 42 saves und slowed mit einem Egg together und einem 2.2 ist eh schon kotze ja jawohl boost Eidolon ja diese Schwächlinge vernichten wir einfach diese armen Menschen das kann doch niemandem erzählen ja warum deine Tiere sind auch so sauer dass die den Baron Ratte genannt hat die können sich gar nicht haben ja aber trotzdem was bist du denn sonst in der Maus das erste mal seit 10 Rolls hat es aber mal über 5 gewürfelt was bist du denn sonst wenn du keine Ratte bist ich bin eine Fee hallo joo das sieht man doch da ist einer direkt vor mir den werde ich mit einem 3 Action 1 Inch Punch vernichten oder auch nicht so viel Schaden wie gehofft ja warte ja das war's da macht die der macht die der macht die Schildblock ok 1 HP bestimmt bluten brennt 3 1 1 2 2 da der kann sterben das ist mir egal der kann sterben das ist mir egal für die freiheit die hat schon sehr viel Blut verloren jetzt ist vorbei ja Ja, dann kannte ich halt diese Frau da. Wollen wir sie jetzt leben lassen oder nicht? Lass sie leben. Okay, dann frage ich sie, ob sie aufgeben will. Sie ist total verängstigt. Drückt sich zitternd in diese Ecke. Lass doch bitte wenigstens diese armen Menschen frei. Ja, gibst du jetzt auf oder nicht? Macht uns nicht zu Sklaven wieder. Leg deine Waffe nieder oder wir töten dich. So wie der Baron sagt. Aber was habt ihr denn vor mit uns? Hast du schon vergessen? Der Baron will dich versklaven. Nein, niemals. Leg sofort deine Waffe nieder. Was denkt sie eigentlich über... Immer noch zitternd in der Ecke. Leg die Waffe nicht weg. Leg sie nicht nieder. Ja, dann handel sie. Sie guckt nicht. Au, als wenn sie in der Ecke und fuchtelten die Luft vor sich. Und die anderen Leute, die sich verkriechen, schauen die ganze Zeit im Kampf zu. Ne, die sind genauso in die Ecken gekauert. Ein paar von denen haben sich so ein bisschen eine Decke über den Kopf gezogen, damit sie es nicht sehen. Ich sehe nichts, bekann nichts passieren. Genau das. Ja, Vanni ist noch dran. Mach jetzt Vanni. Du schürzt sie, man hat noch kein Blut. Und ein weiterer Pfeil wohrt sich in die linke Schulter dieser Person. Du sollst sie nicht töten. Ja, aber sie gibt nicht auf. Wir schlagen sie bewusstlos und teuren sie hier raus. Ja, dann lasse ich sie mal in Ruhe. Entscheidet ihr halt, was ihr tun wollt. Wie lange bin ich fliegen? Das war eh nur für eine Runde, oder? Ja, jetzt bist du noch Frightened 3. Wie Frightened 3? Ja, du warst Frightened 4 und jetzt bist du Frightened 3. Ne, das waren doch schon zwei Runden. Aber bist du eben erst geflohen, oder? Das stimmt. Dann hat sie trotzdem noch Todesangst, ist am Bluten. Wie viel Speed hat sie? Sie schreit für Pharrasma. Und dann rennt sie an allen Blitz schnell vorbei. Nein, nein, jetzt rennt sie auf den Baronen. Kommt, Jan! Sie waren jeden vorbei, oder was? Ja, natürlich nicht in eurer Reichweite, ihr. Natürlich. Nicht in eurer Reichweite habt ihr nicht gehört. Warum sollte sie neben euch vorbei laufen? Das legt sie einfach wieder zurück an die Wand. Aber sie muss ja an Bruder Knochenruh vorbeilaufen, oder? Wie viel Speed hat sie denn, hm? 20. Wie weit will sie da kommen, hier? Ja, okay. Bruder Knochenruh darf sie einkreifen. Ähm, darf ich, aber kann ich nicht. Das darf ich nicht mehr haben, sehr gut. Unglaublich. Naja, du stimmst auch da, was soll denn das jetzt hier? Kann ich sie antreifen? Nein, sie will mich antreifen. Ich musste, ich musste Bunny kurz wegbewegen, sonst konnte ich dich nicht. Weil Bunny steht irgendwie auf dem Lauf. Für Pharasma! Und er wird getroffen. Die Bilder des Abführers. Alles, alles, was ich wollte. Alles erreicht. Ich bin Pupu, Schaxi, bewusstlos. Alles erreicht im Leben. Pupi, Pupu, check. Ich mache natürlich Akkabatik gegen Siebholen mit meinem Panache. Oh ja, keine Chance. Pupi, Pupu hat seine Essschürze an. Auf so einer Essschürze ist so ein kleiner Affe oben, der eine Banane isst. Das ist richtig süß. Aber noch kein, kein Blut. Das ist wirklich traurig. Und deswegen wird Pupi, Pupu ihn jetzt töten. Rack sie bewusstlos! Pupi, Pupu, beißt zu. Pupi, Pupu! Warte, was? Ach, er lebt noch. Ja, steht noch. Du beißt nochmal so ein richtig fettes Stück Fleisch aus dem Rücken raus, aber steht noch. Wie macht das so viel Schade, Mann? Stimmt eh nicht eigentlich. Wir haben einen Finisher dazu gemacht. Ich beiß mir rein, aber er stirbt nicht und deswegen steche ich noch einmal zu. Kannst du das in Finisher machen? Ja, es war eh kein Finisher, Mann. Deswegen habe ich jetzt sowieso was anderes gemacht. Egal. Alles gefehlt. So. Und boost Eidolon Move into bewusstlos schlagen mit der Klaue. Und einmal hat, wie heißt sie, sag mal mal, die Chance, den Gegner zu treffen und mir was Gutes zu tun. Oh, was? Ja, das reicht. Sie ist bewusstlos. Bruder, Knallroh, schnell! Versorge ich ihre Wunden. Ja, dann lass mich doch mal sehen. Was habt ihr denn da angerichtet? Ich steck mich an, Mann, und fang an zum Freisern, Mann. Lippipupu, du kannst alle hier essen, aber die gehört mir, okay? Pff, ich höre dich gar nicht. Ich reiß mir schon mal ein Bein ab von ihr. Und ich fahre... Ich tue es gleich wieder verbinden. So, da, mach mal ein bisschen Fleisch. Ich reiß gleich wieder runter, Mann. Fress weiter. Voll die Generale. Mm, yum, yum. Ich liebe Schenkel. Bipupu, zügel dich. Es gibt dir noch genug. Ja, Bruder, Knochenruhe geht hin. Was hast du so dabei an Zeug? Nadelfaden? Ja, Nadelfaden. Ein paar Maden. Ja, du steckst dir halt so ein paar Maden in die offene Wunde rein, nähst es zu. Ja, perfekt. Die Blutung hat erstmal aufgehört. Nörgel wäre stolz. Und während ich ihn fresse. Warte, was? Wieso noch nicht tot? Da steht doch Korps, Junge. Film mal dein Leben. Junge, und ich mit einem Wölzbekleinung in eine Fliege bist, Mann. Boom! Fett sich dich gegen die Wand, Mann, wie ihn wieder erlebt, Mann. Und geh zur anderen Leiche und fresse die Leiche auf. Und meine Maden, meine Maden, kommunizieren mit den Geistern seiner Leiche. Und der GM sagt mir jetzt was. Sagt du was Schönes. Ja, von mir geht's noch. Okay, once per hour, wenn du zum Flaschen kommst. Okay. Und, und, du machst einen Intelligence-Check, ja? Intelligenz. Intelligenz. Obwohl, ne, warte. Was sollen wir denn wissen von denen? Nix. Eh nix. Ja, mach Intelligenz. Ja, was willst du denn wissen? Nix. Da steht da, da musst du, irgendwas, keine Ahnung. You learned a significant piece of lore, a forgotten secret, or some other tantalizing nugget of knowledge that is of immediate use to you. Of immediate use to you. Gib mir nen Nugget. Also, die Maden, die Maden, ja? Sie teleportieren. Sie teilen dir telepathisch mit, dass, ähm, diese Person hier vor nicht allzu langer Zeit leider nur Gemüse gegessen hat, denn es ist anscheinend ein Vegetarier und dementsprechend schmeckt das Fleisch auch nicht so besonders. Ich schmeiß die Reste weg, aber schluck trotzdem runter und gehe wieder zu ihr hin. Gebt mir was von ihr. Sie ist doch nicht tot. Beruhigt euch, hier gibt's doch genug Pipipupu. Wenn man die Hand abschneit, dann ist die Hand tot. Das reicht doch. Gebt meine Hand. Dann nehmt euch die Hand, das ist mir doch egal. Die zehn anderen Leute, jetzt, weil ihr so ein bisschen Ruhe habt. Die Rechthänderin oder Linkshänderin? Ja, hat mit dem rechten, mit der rechten Hand auf jeden Fall ihren Morgenstern geschwungen. Ich nähe sie ihre rechte Hand. Kinder, also du schneidest die Hand ab und Bruder Knochenroh näht sie wieder zu. Ich fahrt, ich fahrt das wieder. Okay, super. Bruder Knochenroh, das können wir den ganzen Abend später so weitermachen. Ja, kein Problem. Währenddessen diese zehn anderen Leute, ihr könnt jetzt auch einen besseren Blick drauf werfen, alle einfach nur so in ganz billigen, ja, Laken quasi eingewickelt, gar keine richtigen Klamotten, definitiv keine Rüstung, keine Waffen oder so. Die hocken alle nur eingeschüchtert in den Ecken. Ihr seht, bei einer Person, da, da kommt unten so zwischen den Beinen, sie hockt sie auf den Boden, kommt so ein bisschen Flüssigkeit irgendwie so heraus. Mein Kind, du bist doch nicht. Richtig, richtig Angst vor euch. Vor allem als Pipipupu anfängt die Leute hier aufzufressen. Ja, Pipipupu nehmen wir doch einen von denen, die braucht eh keiner. Müsste es nicht sogar besser schmecken, weil es wie eine Kluge gibt. Keine Muskeln, das sind nur Haut und Knochen. Ich lieg zu jedem hin genau vor die Nase. Also ich hab selbst noch keine Menschen gegessen. Wessen Sklave bist du? Müsste man mal gucken, ne? Ähm, das war eine, das war sogar eine lebendige Frau. Ähm, ich glaub, ihr Name war Haldoli. Pipipupu, die gehört euch. Wenn irgendjemand von denen einen großen, wichtigen Blutfürsten nennt, verschone ich sie erst mal. Aber der Rest, den schick ich zu Pipipupu. Naja, ähm, die kommen wohl alle da von den Farmen von Berlin. Ähm, falls ihr euch zurückerinnert, wahrscheinlich nicht, als ihr damals, ähm, das war ja eure erste Mission hier, was das Ritual anbelangt, ihr wart ja bei den Farmen und habt da Berlin getroffen und die hat euch halt erzählt, dass sie da ist, weil es irgendwie Probleme gibt mit entflohenen Sklaven von den Farmen und, ne, eins plus eins. Mhm. Pipipupu, die sind alle euch, das ist mega, was mit denen passiert. Das ist einer von denen irgendwie mehr als Haut und Knochen. Jein. Also es sind, es sind schon so ein paar Männer dabei, die wahrscheinlich ein bisschen härter geschuftet haben, da siehst du schon so die Anzeichen von guter Muskulatur, aber halt eher so Arbeitermuskulatur, nicht irgendwie. Ich geh dann später ins Restaurant mit besseres Fleisch. Ich schick sie rauf zu Bruder, jeder Knochenruhe ist oben, oder nicht? Nee, der ist runtergesprungen. Ah ja. Dann schick ich die rauf zu West und sag, West soll diese Sklaven zu Heldole zurückbringen. Ich mein, dieser Untod jetzt. Das ist ja trotzdem Blutfürstin. Echt. Jo. Liebe Grüße, von uns, Pipipopo und den Rest der Bande. Okay, warte mal, ich glaube, dann kriegt ihr sogar einen Fraktionsbonus. Ähm, ja. Sehr gut, Pipipopo. Hast euch gerade noch mal ein paar Punkte für die Reanimatoren verdient. Pipipopo, Jack, lasst jetzt raufgehen. Ich hab nur jetzt wirklich schon Hunger. Das schnell beenden. Ich will in ein Fünf-Schädel-Restaurant gehen heute. Ja gut, wo wollt ihr hin, weil... Soll ich nochmal die Lagerräume da angucken, oder wollt ihr direkt nach ganz oben? Schauen wir uns Lagerräume, ob wir da noch was krasses finden. Okay. Bisschen Kohle. Und dann rauf. Ganz rauf. Und mal hier überall in jedem Raum zehn Minuten verbringen oder so oder länger. Oder der Verarzt könnte ich gerne machen. Also die Unverletzten können ja was durchsuchen und die anderen werden verarzt oder sowas. Aber im Endeffekt macht, was ihr wollt, dann ich durchsuche. Pipi. Pipi. Bani Baron, kommt her, meine Kinder. Ist Bruder eigentlich dein Name, oder? Nein, das ist meine Profession. Das ist Programm. Du bist professioneller Bruder. Ja. Ein Mensch ist anatomisch gleich zum Schwein. Hat man mir beigebracht zumindest. Ja, natürlich, warum nicht? Aber ist das echt so? Was ist eine Schwester, wenn nicht ein Bruder? Im Prinzip schmeckt ein Mensch wie ein Schnitzel? Ist das so? Weiß im Wort. Ist gut zu wissen. Ich bin inspiriert auf jeden Fall. Vielen Dank. Ich frage für einen Freund. Roni, Sie sind immer noch verletzt. Bleibt bei mir. Ja, es passt schon. Lasst uns beten. Passt doch. Sarah, du suchst auch das, dass er das aufkommt. Ich stelle mir das immer vor, ich stelle mir immer vor, dass Menschen richtig Kacke schmecken, weil wir halt viel zu viel Salz zu uns nehmen auch und dadurch ist das bestimmt so richtig ekelhaft. Eine Runde Heilung, ja? Zwei Runden? Drei Runden? Vier Runden? Das ist schon okay. Ich brauche keine Heilung. Werden wir lieber schnell fertig. Du kannst, glaube ich, hier auch alles eigentlich von deinen Viechern heilen. Ich kann, glaube ich, acht Leute auf einmal heilen. Ach so. Ah ja, stimmt. Und ich schreibe noch kurz auf, plus zwei. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch mal wichtig würde. Es steht drin, also machen wir es. So. Ihr geht nach ganz oben? Natürlich. Alles klar. Ich habe zu viele Spielfiguren. Weil ich dann immer noch was mitschiebe, was ich nicht mitschieben will. Eine Toten, eine Falle oder sonst irgendwas. So. Genau, also ihr geht quasi wieder über die Treppen nach oben zum, ähm, zum Eingang des Turmes seht ihr natürlich auch direkt die Treppen, die weiter nach oben führen. Auf die Spitze, in die Spitze des Turmes. Und, ähm, nun ja. Ihr kommt da oben an und seht vor euch direkt die riesige Flamme, weswegen ihr auch, äh, quasi hergekommen seid. Bist du euch mal abgehakt, Junge? Ich bin manchmal abgehakt, okay. Mhm, von Anfang an. Das liegt dann wahrscheinlich an Discord? Mhm, dann kommt eher so vor, als am Ende dann. Hast du push the talk? Jo. Vielleicht lässt es sich los. Weil ich halt eigentlich mal lang genug gedrückt. Ja. Also, ich hab das hier dabei. Sagt er? Ich kann erst mal was anschauen. Ui. Und als er das sagt, passiert folgendes, und zwar... Oh, ja, okay. Und zwar dürft ihr alle mal Fortitude rollen. Pipi Popo. Das ist der legendäre Pipi Popo-Trick. Trifft das alle mich auch? Alle, die hier sind, ja. Nun denn, der Damage ist folgender. Bam. Spirit. Okay, aber wir kriegen jetzt das Doppelte da jetzt, man. Steht doch nicht dabei, oder? Spirit takes 8 die 6. Spirit Damage bei Strich 4 die 6. Es ist ein Basic Fortitude Save, das heißt, ja, wenn du grad Fehler hast, ist es doppelt. Okay. Und jetzt rollen wir. Pipi Popo. Nein. Initiative. Wie gut, dass Bernhard immer noch brav unten wartet. Der bewacht die Tür. ist echt so. Ach, wie schön. Die Falle ist als erstes dran. So. Was haben wir denn so als Routine? Gleich wird's heiß. Okay. Ähm, ja. Steht ihr alle genau so da? Ja, ich denke schon, oder? Du hast den Zug geschoben. Aber ich stehe da, wo ich stehe. das hier ist die Reichweite. Und zwar macht dieser Fiendflame Cage jetzt erst einmal folgendes. Ihr macht alle einen Reflex Save. also außer Karls hier um anscheinend. What the fuck? Ey, wieso würfel ich denn so abgrund... Und ihr kriegt diesen Feuer-Damage? Achso, ich glaube, du fehlst, glaube ich. Ah, okay. Puh. Ihr solltet euch... Ja, okay. Ähm, das war die eine Action. Die zweite Action. Ihr macht wieder einen Reflex Save. Holy shit. Okay, das ist Hardcore. Holy. 46 ist ein Fail, mein Mann. Okay. So, und nach dieser Flamme, nach diesem Feuerschwall, der aus diesem, ähm, ja, aus diesem Leuchtturm-Licht herauskommt, wird es plötzlich extrem hell und euch überkommt. Eine Welle aus gutem Schaden und, äh, und Feuerschaden. Gut Damage gibt es nicht mehr, aber ist dann quasi, äh, Vitality heißt. Was ist das jetzt, oder? Nee, gut. Was ist denn gut jetzt? Gibt's gar nicht. Gibt's nicht mehr, ne? Das ist einfach an Talbdückel. Der hat ja kein Kuntfällen-Stock. Er ist ja mutig, in unserer Kampagne lauter Fiecher zu spielen, wo uns die Fallen dran finden. Naja, der erste ging ja eigentlich schon auf eine Kreatur, aber ich sah nix. Wo weißt du das? Steht doch da. Also. G-Nit Bon. Egal, episch. Ähm. Achso, die, die... die Reaktion, meinst du? Kriegt er schon hin? Das ist hell. Das tue ich. Können deine Viecher eigentlich sterben, sterben? Oder? Ja, aber die kommen nach einer Woche wieder. Achso, ja, dann egal. Also, Wes sterbt. Alles kleine Leechs. Hannibal Lecter. Ähm. Ja, cool, das ist ein bisschen zu hell hier. Also cool, im Sinne von interessant irgendwie. Nicht die Leech mal. Machen wir das so. Nicht im Sinne von, oh, ich würde das auch machen. Nur fürs Protokoll. Dann gehe ich mal hier runter. Und, ähm, weiß ich nicht, sehe ich irgendwie einen Mechanismus, wo man das ausschalten kann? Gibt es hier irgendwas, was ich rollen könnte? Ja, also du weißt ja im Prinzip schon, ähm, dass das eine etwas magischere Flamme ist. Also, wahrscheinlich könnte man da irgendwas mit Arcana oder Okkultismus machen. Ähm, aber ich meine, ein Feuer gibt es ja auch in der Natur. Also, vielleicht findest du eine natürliche Möglichkeit, ähm, das irgendwie außer Kraft zu setzen. Oder vielleicht mit Religion auch. Hm. Dann... Flieg drüber, mach halt Spagat und pinkel das. Hat die Stimme im Himmel Religion gesagt? Interesting. Ja. Dann versuche ich es mal mit Arcana. Ja. Ach nee. Du merkst es auch, du merkst es auch. Also, selbst wenn du perfekt rollen würdest, es ist... Es entzieht sich deines Wissens. Hm. Dann, keine Ahnung, hante ich die Flamme und ich schieße einfach mal drauf. Okay, dein Pfeil fliegt durch den Turm nach unten. Ich meine, ich werde mal hin. Ein Wort. Ja, klar. Rezalst du mir, das zeig ich dir. Ist ja nur Spaß. Wo die Manier belastet. Ja, dein Feuer, ich meine, dein Feuer, dein Pfeil fliegt halt ins Feuer und verbrennt. Jetzt hast du einen Feuerpfeil. Der hat doch eh schon Feuer. Na ja, egal. Piep, piep, fuh, puh, man. Weiß, umso schneller man läuft, umso kühler ist es. Huiiii. Rennt rumherum und versucht, diesen Flammeinkäfig einfach herauszureißen. Seine Verankerungen. Hm. Verbrennen sich die Finger, man. Ja. Rennt dann zum Fenster, macht das Fenster auf, man zerschlägt es. Hier ein bisschen kühle Luft reinkommt und er stellt sich dorthin und schaut raus in die weite Ferne. Ja, kann man hier raus? Auf einmal brennt es stärker, weil es Sauerstoff dazukommt. Ja. Ja, why not? Brennt es halt schnell. Naja, also ich meine, hm. Es ist ein Leuchtturm, aber wenn er sagt, er schlägt die Scheibe ein, dann passiert das halt. Also ich glaube, dass Piepipupu definitiv Glas einschlagen kann. Jo. Dann fliege ich da mal raus. Geht natürlich nicht, weil da eine Wall ist, aber dann fliege ich mal da raus. Äh, und auch Dings fliegt raus, der Wichtler. Ich spiele einfach mal alle da ein. Und selber mal auch. Und auch Carl Steele fliegt raus. Und dann flattern wir vor dem Leuchtturm. Ähm. Und dann... Ich habe halt nichts, womit ich ihr helfen kann. Und er nimmt was, Bruder! Und das mache ich. Der Bruder fangt an zu beten. Oh, Gebe! Sage mir! Hier, die Wände sind weg. Wände sind weg, denke ich ja. Gebe, sage mir, wie kann ich diese Feuer löschen? Und Bruderknochenruhe. Also du betest zu Gebe? Natürlich. Okay. Bruderknochenruhe. Du merkst, du hast, du hast die Chance, das zu schaffen, ja? Weil du musst einfach noch ein bisschen fester beten. Kann ich das gleich im Anschluss machen? Also jetzt? Natürlich. Und dein Gebet wird leider noch schwächer. Deine Stimme versagt. Du hast einen Frosch im Hals. Der Frosch sagt, ja man, ich bin's. Ich habe nämlich wirklich einen Frosch im Hals. Ich bin ein Skelett und der muss irgendwann in mich hineingehüpft sein. Ein Froschskelett? Dann schau ich. Man sieht by the way auch alles von mir. Also ich habe zwar eine Rüstung an, aber die ist unsichtbar. Das Bruders neue Kleider. Verstehe. Dann schaut sich Sarah dieses Ding von da an, wo er ist. Könnte er irgendwelche und wenn es natürliche Mechanismen nutzen, um dieses Feuer abzuschwächen. Es ist buchstäblich ein Feuer. Ein ziemlich krasses Feuer, aber es ist ein Feuer. Also du kannst da nichts mit Seabree machen. Gut, dann mache ich stattdessen Dein Job war im Keller, du hast deinen Job gemacht. Genau. Raise ich mein Shield und taste mir über meinen Körper und alle meine Schluppen fangen an in Regenbogenfarben zu leuchten. und ich bekomme einen Prismatic Armor plus fünf Resistance of Oils Energiemäßiges und damit bin ich fertig. Alles klar, dann würde ich mal sagen, wir beschleunigen das, weil das Feed trifft euch ja jetzt nicht mehr. Ihr seid alle außerhalb der Reichweite. Nee. Nee. Bring ihn um. Bitte. Ich metagame das ja nicht so. Ich glaube auch, dass die das eigentlich so gemeint haben, dass das halt im ganzen Raum so ist, aber draufgeschissen. Ja, dann dann roll du mal. Wenn es der ganze Raum ist, dann flischte ich runter, weil ich hier nichts machen kann. Zweimal ist mir egal. Das ist schon mal gut. Ja. Ist mir egal. Dann ist es dir eh egal. Springst an die Decke, klebst da fest. Ich schlängel mich so, da kommen die Feuerstöße und so wie diese aus Luft, Luft gefüllten Werbe, äh, Streckdinger da vor den Gebäuden. Diese Luftikus, wabla. Gab es nicht auf irgendeinen Fortitude-Safe oder so? Nee, es waren zwei Reflex. Bete, Bruder, Bete. Eigentlich bin ich ja nicht dran, aber ist okay. Machen wir es einfach so. Oh, Gip! Hörst du mich? Er hört dich. Was willst du, Bruder? Wie löscht man den Leuchtturm? Oh, Gip, sag es mir. Mit Wasser, du Vollidiot. Oh, Gip, du bist so weise. Dann hätte ich nie drauf kommen können. Aber ich will das Feuer brennen. Ach so. Hier, nimm die göttliche Kraft, die ich gerne von Urgathor an dich weiterleite. Denn eigentlich bin ich ja kein Gott, Bruder, falls du es noch nicht gecheckt hast. Ja, das weiß ich ja, aber für Bruder es geht, nicht nur König und Herrscher über alles, er ist doch Gott. Und Bloodlord. Ja, Bruder, wenn du das noch dreimal schaffst, dann... Okay, ja, na dann. Dann, wo ist es da, ist es? Um, um, einmal. Bad Bunny. Hm, vielleicht schaffe ich ja... Wer kann es denn überhaupt, außer... Kann irgendwer außer Bruder? Irgendwas, was da kloppt. Ne, wird sich ja alles legendarisch so brauchen. Äh, Master. Aber die Rolls sind halt super hoch. Piepipupu, Macht Pirouette im Kreis Richtung Falltür. Wünscht euch viel Glück. Klettert nach unten. Kopf voran. Bruder, betet zu eurer Göttin, Urgathor! Dann schleiche ich zur Seite, raise mein Shield und take cover hinter meinem Schild. ihr schafft das. Urgathor, höre mich. Urgathor ist besetzt. Ui, Urgathor hat abgehoben. Okay, noch zwei. Roll einfach mal weiter, du bist der Einzige, der seh kann. Glaube ich. Na dann. Einfach nur um zu gucken, wie lange das ungefähr dauern würde bei euch. Lang noch. Oh je. Ich glaube einiges zu bestätigen, wie du das Tor abgehoben hast. Oh ja, drei, okay. Einen noch. Einen noch? Da zählt der erste nicht mehr aus. Du brauchst vier insgesamt. Achso, vier insgesamt. Stört mich nicht beim Beten, Baron. Der Tor spricht mit einer Katrin oder so. Da ist es da. Die 48 war aus. So, und jetzt rechnen wir aus, wie viele Runden das sind und wie viele Runden dann quasi Bruder Knochenruder den Damage bekommt. Zwei. Ne. Drei Runden sind es. Er betet hinter der Säule. Ne, ne, ne. Das machen wir nicht. Das ist ja dann einfach nur eure keine Ahnung. Dann würde wahrscheinlich dann immer abwechselnd jemand hochkommen, ihm irgendein scheiß Öl einreiben und runter und öff. Ne, ne, ne. Das muss nicht sein. Ich knie vor dem meine Knochen, wenn ich mal weiß, alle paar Runden kommen, dann schüttet mir mit meinem Einhalter drüber. Bin ich auch witzig. So, wir sagen einfach mal. Der gute Bruder mit ganz viel Gebeten, nachdem er versteht, auch, dass das Geb eigentlich nur so ein Mittelmann ist zwischen ihm und einem anderen Gott. Ähm. Du schaffst es irgendwann, diese Flamme zu besänftigen und kannst das quasi einpacken, das Ding. ach so, okay. Na so. Äh. Nimm's dir. Da ist es. Und als du es dir in die Tasche steckst, wird plötzlich alles stockfinster. Warum? Schnell. Ich hole die Flamme aus meinem Beutel. Du holst die Flamme aus deinem Beutel. Und du setzt diese, diesen Sunspark da jetzt genau hin, wo die, äh, Feenflame war nämlich. Ja. Und es wird wieder hell. Der Sunspark leistet seinen Soll. und, äh, der Leuchtturm spendet wieder Licht. Gute Arbeit, Bruder. Danke, Baron. Ich wusste, ihr schafft es. Also dafür lade ich euch ein. Zum All-You-Can-Eat-Buffet. Das ist sehr nett. Bipipupu. Meinst du den Keller mit den Leuten? Ne, man. So richtig gezüchtete sind richtig fett. Sie werden massiert und bekommen klassische Musik zu hören. Ist halt wirklich so. Auf. Na dann. Lass mich noch kurz um, ob es irgendwas Interessantes gäbe. Aber ich denke nicht. Dann brauchen wir nur noch das Masoleum. Ja. Wir sind so kurz davor. Erledigen wir es. Für Gabe. Erst mal ein bisschen rasten und essen, oder? Natürlich. Ja, aber Hunger. Eben. Ja, dann währenddessen. So sei es. Er holt sich wieder einen Bag of Reds aus der Tasche und schüttelt sie so rein in sein Maul wie eine Chipspackung. Was macht ihr mit Wes? Wes ist immer noch bewusstlos. Ladet ihr Wes auf Bernhard? Ich hole ein... zieht nach Hause. Ich hole ein Glas Wasser und schütte es Wes über dem Kopf. Schlafen wir auch, oder macht man nur 10 Minuten Ruhe, oder was? Oder halt 4 Stunden. Ja, dann. Voller Rast. Warum geht es hier unter diese Lupe? Jawohl. Und die Sonne ist jetzt aufgegangen. Ah, was für ein wunderschöner sonniger Tag. Ach. Viel zu hell macht die Tür zu. Das ist ein viel Schmerz. Ein bisschen oberheilend. Warum ist das eigentlich so? Weil er das so eingibt. Okay. Ich habe halt 14... 1 Million, 14 Millionen Leben. Krass. Trotz der Mützluss. Trifft aber nichts, ja. Auf zum Mausoleum. Auf zum Mausoleum. So, das Mausoleum. Ihr wisst natürlich Bescheid. Das ist, äh, eine riesige nekromantische Akademie hier in Mekitar. Für die Reichen, für die Mächtigen, ähm, vor allem aber für, äh, Agenten und auch Verwandte der Blutfürsten. Hier in Mekitar. Es befindet sich, ähm, direkt im Norden vom Sinerarium, wo ihr ja letztes Mal wart. Und es ist so ein wirklich riesiger, glitzernder Komplex, der, ähm, fast vollständig aus schwarzem, magisch verstärktem Glas besteht. sieht. Das sieht dann so richtig, so richtig prunkvoll und edel aus, das ganze Ding. Äh, die Vorderseite ist, wie üblich hier bei so krassen Gebäuden in Mekitar, äh, pyramidenförmig. Und, äh, es gibt da so ein paar breite Durchgangsstraßen, auf denen es vor Studenten nur so wimmelt. Ähm, ein paar Innenhöfe, ähm, wo auch so ein paar Blumen sogar wachsen, duften irgendwie sehr stark. Ähm, und es ist natürlich auch allseits bekannt, dass der Leiter dieses, äh, Mausoleums, dieser Akademie, Kim Nebi ist. Oder zumindest war. Und, ähm, natürlich ist sein Büro daher so der perfekte Ort, um irgendwelche, äh, persönlichen Gegenstände, ähm, zu lagern, zu verstecken und eventuell werdet ihr da auch fündig, was seine Verbindung mit, äh, Balji anbelangt. Ähm, das ist ja quasi euer Auftrag hier im Mausoleum. Und, ja, genau, ihr sollt ein Buch aus der Bibliothek auch noch mitbringen. Das Spektraspira. Ihr kommt dann so beim Mausoleum an. Oh, die haben sogar ein extra Ambience hier. Au. So, ne, kommt er an. Und, ähm, ihr bemerkt direkt, dass euch die Studenten so ein bisschen komisch anschauen. Ne, ihr lauft da so entlang und ihr bemerkt, die fangen auch so an zu tuscheln irgendwie. Mach doch mal einen Perception oder Society Check. Sind wir schon dort? Also mit den, äh, Charakteren? Ja. Okay, äh, dann lade ich neu. Was? Nein. Es gibt, es gibt, es gibt keine, äh, Scheiß auf die Maps, ganz ehrlich, Scheiß auf die Maps. Wir sollten viel weniger, wir sollten viel weniger Maps gucken. Ja, dann, ich kann trotzdem gerade nichts machen. Egal. Äh, jo, also ihr seht, ähm, dass sich manche von denen auch so ein bisschen scheinbar in euren Weg stellen. Ähm, und, ja, ihr bemerkt, dass sich diese Studenten, es sind teilweise wirklich so Verwandte von sehr hochrangigen Blutfürsten auch und, äh, was euch so instant in den Kopf kommt, ist, dass ihr es euch wahrscheinlich nicht versauen wollt mit denen. Also sprich, nicht, nicht einfach so jetzt, äh, auf den Kopf hauen oder sowas. Das wäre hier etwas unangebracht. Sonst, ähm, wäre das politisch für euch auch ein bisschen, äh, problematisch. Ja, und sie stellen euch so ein bisschen in den Weg und meinen so, ähm, seid, seid ihr nicht die, ähm, die Leute, die, äh, Probleme mit, ähm, Herrn Kim Nebi haben? Was wollt ihr denn hier? Wer sagt sowas? Ja, es spricht sich ja einiges rum in der Stadt. Kim Nebi ist ein Verräter. Seid ihr das auch? Wir, wir haben uns nie etwas zu Schulden kommen lassen und ich glaube, das ist bei Kim Nebi eigentlich auch so. Ihr wollt ihn doch bestimmt nur in die Pfanne hauen. Ihr wollt ihn doch, äh, wahrscheinlich versucht ihr irgendwas zu vertuschen, was ihr selbst getan habt und wollt jetzt irgendwie den, den guten, äh, Kanzler hier anschuldigen. Ist das nicht so? Wovon redet ihr? Wisst ihr nicht, wer vor euch geht? Glauben heißt nichts wissen. Wer, wer steht denn vor mir? Ho, 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 hat sie nicht gesagt. Oh, ach, ihr meint unter mir. Ich fliege ja die ganze Zeit, hallo. Ihr wisst schon, wer ich bin, oder? Ihr wisst schon, wer mein Vater ist, oder? Ja, ich glaube, ich kenne euren Vater auch ziemlich gut. Helft mir auf die Sprünge, wer ist euer Vater? Mein Vater ist natürlich der edle Blutfürst Hannibal Cousinius. Hannibal Cousinius, so ein Zufall, das ist ein sehr guter Freund von mir aus der Schulzeit. Nun, wie ihr wisst, ist er einer der einflussreicheren Leute hier und er hat auch bisher nur Gutes von dem guten Kanzler Kim Nebi gehört. Ja, natürlich. Ihr wollt es euch wahrscheinlich auch nicht mit unserer Familie verscherzen. Aber mein Freund, ihr wisst doch, wer wir sind, oder nicht? Und ihr kennt mich doch. Ich bin als großer Freund und auch teilweise Fan Kim Nebis bekannt. Und deswegen sind wir auch hier. Wir wollten seinen Namen reinwaschen von diesen bösen Gerüchten des Verrats. Aber hättet ihr uns erkannt, hättet ihr das eigentlich auch gewusst? Warum dann diese komischen Gerüchte über gerade eure Gruppe, die sich gerade in den letzten Tagen hier so umsprechen? Könnt ihr das irgendwie erklären? papperlapapp. Wir sind auf der Suche nach Hinweisen, die Kim Nebi entschuldigen können. Hm, ich verstehe. Nun, mein Vater hat bisher auch über euch eigentlich nur Gutes erzählt, werter Baron. Vielleicht waren das einfach nur wieder Hirngespinste in irgendwelchen... Ja, okay, hm, verstehe. Ihr wisst doch, wie das hier ein Gap ist. Ich meine, Kim Nebi selbst ist doch Opfer dieser Gerüchte geworden. Nun, wohl wahr. Ähm, wie ist der Standpunkt der anderen Leute hier in eurer Gruppe? Was haben die dazu zu sagen? Seid ihr auch alle Fans von Kim Nebi? Nein, also ich bin der größte Fan Fan von Gopi Noe. Eine großartige Künstlerin. Wirklich, seid ihr auch ein Fan? Ich bin der Vorstand und... War einer, aber jetzt ist hier eine große Schande. Vollkommen korrekt, vollkommen korrekt. Ach, und Pipi Bubu bekommt eine Träne und bieten dem werten Herrn eine Mitgliedschaft an im Fanclub. Okay. Ähm, Baron, gib du mir mal einen Diplomacy-Check und Pipi Bubu, du gibst mir mal einen Performance-Check. Darf ich auch Deception machen, weil ich ja eigentlich gelogen habe? Ähm, darfst du auch, ja. Pipi Bubu Check Träne Rollen. Okay, sehr gut. Hm. Nun, Baron, ihr scheint ein, ihr scheint ein Mann mit guten Absichten zu sein. Das, das erkennt unser Eins. Äh, was ist denn mit diesen anderen Leuten in eurer Gruppe? Wer sind die denn? Ich kenne die teilweise noch gar nicht. Kein Wunder. Müsst ihr auch nicht kennen, glaubt mir. Die helfen mir nur bei der Arbeit. Ich schleiche immer herum. Ihr wisst ja, meine Gefolgschaft ist groß. Nun, was, was genau versucht ihr denn hier zu ermitteln, genau? Nun, wir haben natürlich Gerüchte, oder die, wir haben angehört, dass die Gerüchte hier eventuell sogar entstanden sind. Deswegen wollten wir uns mal die Ortschaft und auch das Büro von Chemnemi anschauen. Eventuell gab es vielleicht sogar einen Einbruch hier. Und dann hört er plötzlich von hinten irgendwie so einen anderen Typen. Ey, sag mal, du wirst das denen doch nicht glauben, oder? Die haben doch, die schwindeln nicht doch an. Warum sollte, warum sollte der Baron mich anschwindeln? Er ist auch ein Mann von Ehre, genau wie mein Vater. Richtig. es ist doch, ihr könnt mir doch nicht erzählen, also, ich lasse mich nicht so leicht von euch verarschen. Hier kommt er nicht durch. Er stört sich so, er stört sich so, er versucht sich so ein bisschen aufzuplustern, es ist halt so ein Studentenkopf eigentlich. Sieht nicht irgendwie groß, mächtig aus im Kampf oder so, aber er stört sich halt so ein bisschen hin, versucht seine Brust so ein bisschen rauszubringen. Ich habe dem Kanzler viel zu verdanken, ich lasse euch nicht einfach durch. Wir auch, deswegen lasst uns einfach durch. Wir wollen dem Kanzler schließlich auch helfen. was ist mit den anderen Studenten? Findet ihr es okay, dass sich dieser Bulli hier einfach in den Weg stellt, obwohl wir dem Kanzler nur helfen wollen? Ich richte mich zu dem, der hier gewohnet. Wir müssen in diesen Ferienstunden doch alle zusammenhalten. Du guckst halt so ein bisschen rum, siehst auch wirklich so, dass teilweise halt irgendwie, ähm, du kennst die Leute auch, also bei irgendwelchen Besuchen mit, Treffen mit anderen Blutfürsten oder so, hast du die mal gesehen? Das scheinen wirklich alles so, so Verwandte zu sein irgendwie. Oder vielleicht, keine Ahnung, äh, sehr, sehr vertraute Gehilfen oder sowas. Und, ähm, du siehst, dass es teilweise jetzt auch so ein bisschen anfängt, so ein bisschen Zwist zu geben zwischen den einzelnen Fraktionen, denen die quasi so angehören. Und, ähm, mach doch mal nochmal einen Deception oder einen Society Check. Okay, sehr gut. Dann, ähm, dann versucht die mal, versucht die mal so ein bisschen gegeneinander auszuspielen, die verschiedenen Fraktionen. Dass die sich quasi mehr miteinander selbst beschäftigen als mit euch. Ihr alle, wer von euch hatte nicht, hat nicht dem großen Chemnaby zu danken, dass wir hier sein können. War er es nicht, der zum Beispiel euch den Reanimatoren geholfen hat, als ihr so in einer Bredouille wart, neues, äh, neue Leichen für eure Beschwörungen zu bekommen. Also, jetzt wurde es, ja, ja, ich mein, ja, klar, da hat er recht. Obwohl die Steuereintreiber immer wieder dafür gesorgt haben, dass ihr immer weniger Leichen bekommt. Die nehmen das ganze Geld ja auch an sich. Das stimmt. Na, da hörst du von hinten so eine andere Stimme so, ja, aber wir brauchen das Geld für andere Sachen, für viel wichtigere Sachen. Was wollt ihr denn? Was braucht ihr das denn? Warum gebt ihr das denn nicht der Kirche Uga Tors und den Zelebranten, die so großartige Feste hier? Und plötzlich schreit einer von hinten, ja, hier, von der Liga der Baumeister, wir brauchen doch auch ein bisschen Unterstützung hier, wenn wir was bauen sollen. Das Geld ist doch für uns auch wichtig. Es fängt dann immer mehr so ein bisschen heikler zu werden, hier die Diskussion und nach kurzer Zeit erwischst du die Leute, wie sie irgendwie so mehr miteinander zanken und irgendwie euch überhaupt nicht mehr beachten. Ihr könnt jetzt einfach, ja, ihr könnt einfach weitergehen. Ich heiße diese Studenten. Pipipopo erinnert mich daran, sie alle zu vernichten, wenn wir die Macht dazu haben. Wenn ihr seid schon am Weitergehen, dann hört er plötzlich hinter euch nochmal so so ein kurzes Entschuldigung, wenn ich euch helfen kann, Helody Moss ist mein Name. Ich bin auch Student hier. Ich gehöre den Zelebranten an, also mein Vater zumindest. Wenn ihr wollt, kann ich euch zum Büro von Kanzler Kim Nebi führen. oder wo auch immer ihr sonst hin wollt. Das ist einfach. Das ist ja nett. Sense Motive. Ja, also ich meine, er hat definitiv Respekt vor euch, aber du hast jetzt nicht den Eindruck, als würde er lügen oder so. Also höchstens will er sich da irgendwie so ein bisschen einschleimen, weil er weiß, dass ihr auch hohe Tiere seid. Okay. Wo darfst denn dann hingehen? Wollen wir zuerst in die Bibliothek oder zuerst ins Büro? Also ich weiß, wo beides liegt. Zur Bibliothek auch, gehen zuerst. Die Bibliothek, okay, dann folgt mir doch bitte. Und die Person, die führt euch so ein bisschen herum. Ihr geht so über den Campus, geht dann irgendwann auch so ein, ja, ein bestimmtes Gebäude so schnurstracks zu. Er weiß auch schon so ein bisschen, so ein paar Meter davon entfernt. Ja, das hier ist die, das hier ist die, die Bibliothek. Da ist so viel Wissen. Also wenn ihr mal Zeit habt und nichts Besseres vorhabt und ein bisschen nach Wissen strebt, da findet ihr bestimmt irgendwie was. Nun gut, ich lasse euch dann mal, ihr wollt wahrscheinlich alleine weitergehen, ich lasse euch dann mal machen. Falls ihr nochmal irgendwelche Wegweisungen braucht oder so, vielleicht findet ihr mich ja nochmal auf dem Campus. Wie sollen wir dich finden? Na ja, wenn ihr wollt, kann ich auch mich hier so ein bisschen aufhalten für eine Weile. Also momentan habe ich eh keine Vorlesung. Kennt ihr euch hier in der Bibliothek aus? Ja, was heißt auskönnen? Ich meine, da ist sowieso jemand, der kann euch eigentlich super rumführen. Na gut, einfach direkt am Empfang fragen. Wir sind bald wieder da. Okay, okay. Moment, ich habe Banni irgendwie noch nicht drin. Ist Bernhard auch dabei? Nein, der chillt mit Wess. Der passt aufs Jao. Okay, alles klar. Dann willkommen. in der Bücherei des Mausoleums. So, während ihr ladet, lese ich schon mal vor. die Bibliothek des Abbot Mausoleums befindet sich im Hauptgebäude des Komplexes und steht allen Besuchern offen, unabhängig davon, ob sie Mitglieder des Abbot Mausoleums sind oder nicht. Obwohl Besucher, die nicht zur Akademie gehören, hohe Gebühren für die Mitgliedschaft zahlen müssen, aber bei euch, weil ihr so die krassesten, der krassen seid, könnt ihr da natürlich komplett kostenlos rein. Mann kennt euch halt einfach. Ja, hier kommt er rein. Die Bibliothek an sich ist relativ schwach beleuchtet. Es ist ziemlich warm in hier und die Luft ist natürlich staubig und wie man sich das vorstellen kann, riecht es halt nach altem Papier, alten Büchern und so vom Geruch her kommt es euch fast vor, als wäre das hier eher so eine Art Gruft als eine Bibliothek. So komisch müffelig riecht es hier und ja, hier geht so eine breite Treppe empor und gelangt dann in den Empfangsbereich der Bibliothek, wo ihr auch direkt ein paar weitere Bögen seht, die in verschiedene Abschnitte der Bibliothek führen, Schränke an den Wänden mit ganz vielen Aufzeichnungen, zwei Steinstatuen zu eurer Linken und Rechten und ja, vor euch sitzt da jemand auf diesem Sessel beim Empfang und da könnt ihr jetzt einfach mal hingehen und sagen, was ihr so wollt. Ich hasse Bücher. Sagst du das laut? Ne. auch Aufnahmen von Gominue? Aufnahmen? Nun, das ist eine Bibliothek, also wir haben keine Aufnahmen, nein, außer sie hat jemals, hat sie vielleicht eine Autobiografie verfasst oder so, oder? Alles. Alles. Und dann haben wir doch bestimmt, äh, Kalender, Modelkatalog, hier, Beauty-Tipps, Musik-Tipps. Natürlich haben wir das alles hier in der Bücherei. Stimmt nach hinten. Wo? Wo? Äh, warten Sie, ich gucke, ich gucke mal kurz nach. Ich gucke mal kurz nach. Hier, Kategorie, äh, G, go, go, ja, go. Ah, ja, okay, ja, das ist auf, so, warten Sie doch, warten Sie, wo wollen Sie denn hin? Geh, hier ist, geh. Ich durchmühle alles. Ah, ja. Ich schätze, der Herr bedient sich selbst. Was kann ich denn für die anderen tun? Suchen Sie auch was Bestimmtes hier? Ja, das tun wir. Wir suchen ein Buch über Seelenmanipulation. Oh. Okay, da gibt es natürlich einige. Meinen Sie ein ganz Bestimmtes, oder? Ja, habt ihr vielleicht auch das Spectra Spira. Ah, können Sie das nochmal wiederholen? Spectra Spira. Und vor dir hockt halt so eine, so eine weibliche, relativ junge, wahrscheinlich ist es ein Vampir, ähm, Frau. hat so, so, so eine, so eine Lesebrille an und, äh, als du halt das Wort oder den Namen Spectra, Spectra Spira erwähnst, ähm, guckt sie erstmal so ein bisschen verwundert, drückt sich dann die Brille so ein bisschen nach oben wieder. Ähm, oh, also, ob wir das Buch hier in unserer Kollektion haben, da bin ich mir gar nicht sicher, ähm, äh, wartet doch bitte ein paar Minuten, ich guck mal, ich guck mal nach, ob wir das irgendwo haben hier. Ja, ich begleite sie gleich, da braucht sie, da braucht sie nicht zurückkommen. Ähm, okay, natürlich, äh, dann kommen sie doch mal mit. Und, ja, sie führt dich halt so ein bisschen, oder führt dich nicht, aber du gehst ihr halt nach, ähm, sie guckt sich halt in der Bücherei so ein bisschen um, ähm, guckt sich halt so, so einen Schrank an, schüttelt den Kopf, guckt sich noch einen an, schüttelt den Kopf, und, ähm, nach einer Weile kommt die ja in so einem Schrank an, wo, ähm, anscheinend so eine kleine Notiz quasi zwischen zwei Bücher gesteckt wurde, und die holt sie raus, und liest sich das kurz durch, und meint dann so, oh, okay, ähm, ja, dann kommt doch bitte nochmal mit nach vorne zu euren Freunden, und geht dann wieder zu allen, versammelt euch da, und dann meint sie zu euch, ähm, nun, tatsächlich war das Buch, ähm, in der Kollektion von uns, aber, ähm, anscheinend wurde es vor circa zwei Jahrhunderten, ähm, entfernt, also ausgeliehen zumindest, äh, von einem gewissen Professor, äh, Imtrigal, ja, genau, wartet mal, der ist doch, warte, hab ich den nicht vorhin gesehen? Sie dreht sich nochmal so um, äh, läuft so ein bisschen nach hinten, ah ja, das ist, ah ja, ähm, äh, der Herr, der da im Lesebereich hockt, das ist der zufällig, also, vielleicht solltet ihr einfach mit dem mal reden. Vielen Dank. Auf geht's. Auf zum Professor Intrigal. Hey Leute, wusstet ihr, dass Gubi nur einmal in so einen Schwächling verliebt war, der dann instant die frechlich ist? Was für ein Loser. Und dann liest er weiter so eine Broschüre. Bruder Professor. Ähm, ja, wer seid ihr denn? Das tut nichts zur Sache. Uns ist so angekommen, dass ihr euch ein Buch ausgeliehen habt, vor langer, langer Zeit. Das wollen wir in die Bibliothek zurück. Ich habe viele Bücher ausgeliehen. Ja, das geht um ein ganz bestimmtes, das Spectra Spira. Habt ihr es vielleicht sogar dabei, gerade jetzt. Äh, was, was wollt ihr denn damit? Ja, wir wollen es ausborgen. Wir sind an der Reihe. Nun, aber ich bin, ehrlich gesagt, noch gar nicht so wirklich, also ja, ich weiß, das ist schon sehr lange in meinem Besitz, aber ihr müsst wissen, ich bin ein viel beschäftigter Mann und, äh, so wirklich, ähm, fertig mit meinen Forschungen bin ich eigentlich, bin ich noch gar nicht. Also, wenn die Bibliothek damit kein Problem hat, dass ich das, äh, noch in meinem Besitz habe, dann ist das doch völlig in Ordnung. Ja, ich meine, 200 Jahre, die Kosten sind schon sehr hoch, also, wie zu den Kosten. Ihr seid hier nicht besonders oft, oder? Nein. Ehrlich gesagt nicht. Aber, als, als so, ein so vielbeschäftigter Mann, ihr solltet euch ja mal auch eine Pause gönnen. Und, ich würde euch sogar dieses Buch ausborgen für ein, zwei Tage und ich bringe es euch dann auch wieder. Wie hört sich das an? Von Knochenmann zu Knochenmann. Nun, ich, ähm, gerade als du das sagst, von Knochenmann zu Knochenmann, ja, guckst so ein bisschen an ihm runter und er versucht das so ein bisschen zu verstecken mit diesen komischen Fetzen, die er so über sich trägt, aber du erhaschst einen kurzen Blick auf seinen Brustkorb und siehst dann so, dass hinter diesen Knochen anscheinend ein Buch steckt. Das ist aber ein interessanter Brustkorb, den ihr da habt. Sieht ganz anders aus als meiner. Zeig mir's mal. Ähm, wir wollen mal nicht zu handgreiflich werden, ja, wir kennen uns gerade zwei Minuten. In der Tat. Außerdem bin ich nicht unbedingt an, ähm, ich habe andere Vorlieben. Ähm, nehmt es mir bitte nicht übel. Ja, das verstehe ich. Aber das, äh, lenkt es nicht ab. Ich brauche dieses Buch, ganz dringend. Was wäre denn, wenn ich sage, dass das Gabe selbst mich danach geschickt hat, es ihm zu bringen? Es hätte kein Anhänger, Gabe's. Nun, nun gut, hört zu. Ich bin wie unschwer zu erkenne es, bin ich ein Lich. Und nun, und dann macht er halt so seine, seine, seine Stofffetzen da vorne, so vor seinen Rippen, macht er so ein bisschen weg. Nun, das Spectra Spira ist, ähm, quasi ein Teil von mir. Das hat mich quasi mehr oder weniger zum Lich gemacht. Und dementsprechend, ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit sowas auskennt, wahrscheinlich, wie ihr ausseht, nicht besonders gut. Aber ich kann es euch nicht einfach so hergeben. Das würde mich quasi mehr oder weniger vernichten, wisst ihr? Ja, ich meine, dagegen habe ich jetzt eigentlich nichts. Aber dann ist das Problem ja gelöst. Dann müsst ihr einfach mitkommen zu Geb. Geb wird wissen, was zu tun ist. Ähm. Nebenbei schaue ich so bissl an ihm vorbei und schaue Sarah an. Das lässt sich sicher vermeiden, mein guter, wie heißt ihr eigentlich? Ähm, Bruder. Bruder. Ja. Das ist so ein Name. Ja, wollt ihr denn nicht Geb kennenlernen? Deine Audienz Begeb, das ist normal heiß begehrt. Ach, äh, ich hab's nicht so mit Politik und Königen und was weiß ich, was da alles noch dazu gehört. Ich bin, ich bin ein Gelehrter, mein guter. Ich interessiere mich für die Nekromantie, für Zauberei und so weiter und ja, das ist das Politische, das muss nicht sein. Nein. Das hat ja auch nichts mit Politik zu tun und wenn ihr mitkommt, ich habe, ich habe gehört, dass Geb etwas ganz Großes vorhat, wenn ihr mitkommt, dann könnt ihr das sogar sehen. Das hat vielleicht sogar etwas mit Nekromantie zu tun oder so. Okay, ich verstehe. Nun, lasst es mich etwas deutlicher sagen. Nein. Ist das Buch mit ihm verwachsen oder liegt es sozusagen mit Ja, also du könntest es nicht irgendwie mit, mit, mit Stehlen irgendwie entfernen oder so. Fucking legendary. Even hard to steal things. Du probierst die ganze Zeit Sachen, die mit Leuten verwachsen sind zu entscheiden. Das ist ja gefragt. Kann er das Herz einer lebenden Person sehen? Erzähl ich, wenn sie sich in mich verliebt. Das nennt man Liebe, ja. Könnt ihr mal machen. Also ist das eure letzte Antwort hier, dass ihr nicht mitkommt? Macht mal einen Religions-Check. Lugator. Ruder Knochen, Ruder ist er. Lugator, schicke diesem Licht eine Eingebung, alles zu tun, was ich ihm sage. Ich poste dir mal, was er genau ist. Er ist nämlich ein Rune-Carved-Lich. Und das ist dir als Experte in Religion natürlich direkt klar. Das heißt, du musst es eigentlich immer jeden Tag neu reinschreiben, oder? Oder sich selbst zahlen? Nö, aber das ist mehr oder weniger so Teil von ihm. Er wird das halt nicht einfach so aufgeben. Baron, auf ein Wort. Macht, beeilt euch, ich hasse Bücher. Ich will nicht mehr hier sein. Ja, darum geht es. Ich glaube, wir müssen ihn töten. Mir ist alles recht. Hauptsache, wir kriegen dieses Buch. Hey, jeder. Ja, was denn? Kennt ihr Gubinoe? Mein gut genährter Freund. Wer? Gubinoe. Oh, äh, ja, ja, habe ich gehört. Ich bin musikalisch nicht so bewandert. Ich bin eher so ein Freund des Lesens. Hat sie ihre Autobiografie gelesen? Nein, das interessiert mich nicht so. Muss es dir, wie sie lebendig war, hat sie am Kopfweh gesungen? Unglaublich, diese Frau. Da liest doch mal. Das ist sehr schön für, war schön für sie, ja. Was wollt ihr mir sagen? Ja, liest doch mal. Sehr interessant. Ähm, nein? Das ist das einzige Wort, was dieser Typ hat. Ich weiß nicht. Pandaose. Nun lass mich endlich, lass mich zufrieden. was ihr schon immer mal lesen wolltet, aber nie hattet. Es gibt es bestimmt einige, aber. Wieso, habt ihr denn besondere Bücher dabei? Ja, hier nicht, aber draußen. Hier am Sack. In dieser dunklen Ecke. Verehrter Bruder. Weiß nicht, hat irgendjemand ein Buch dabei? Ich hasse Bücher, ich habe keine Bücher dabei. Ich habe nicht mal Augen. Wieso hasst ihr denn Bücher, mein kleiner Freund? Ich gucke mir lieber die, die, äh, die bewegten Bilder dazu an. Dann erfahre ich die Geschichte in zwei Stunden statt in 20 Stunden. Wisst ihr, ich interessiere mich insbesondere für Bücher, die, ähm, mit der Magie zu tun haben, insbesondere mit, äh, der nekromantischen, äh, Abteilung der Magie. Also, falls ihr da nichts irgendwie dabei habt, dann, geht doch bitte, geht doch bitte einfach woanders hin. Stört wen anders. Lasst mich doch bitte in, in Ruhe hier lesen. Schaut alle mal in euer Rucksäcke. Ihr habt doch, irgendjemand muss doch ein Buch dabei haben. Ja, das wollte ich benutzen, um ein Autogramm zu holen, von Gopinoe. Das schaut so schön aus. Keine Ahnung, was drinsteht. Oh, das ist doch mal, oh, das ist interessant. Leider ist es nicht. Mal angucken. Moment. Sie ist zwar nichts wert, weil noch kein Autogramm drin ist, von Gopinoe, aber, okay. Vielleicht gebe ich nichts und ich drücke das dem Bruder in die Hand. Das ist ein sehr interessantes Buch. Ich würde es euch abkaufen. Ich würde es mir tauschen. Tauschen wofür? Wie sieht das Buch noch, mein Bruder? Das Spekta Spira. Aber pipipupu, es ist verwachsen mit ihm. Ich meine, wir können ihm die Knochen brechen und das... Liebe Freunde, anscheinend habt ihr nicht mit besonders viel meiner Art zu tun. Ich will es mal ganz im Klartext sagen. Dieses Buch in meinem Inneren hier ist mehr oder weniger ein Teil von mir. Es ist quasi mein... mein... Zauberbuch, mein Spellturm, in dem ich alles niedergeschrieben habe, was mich so interessiert, was mich beschäftigt. Und ihr habt ein Buch genommen, was schon voll geschrieben war und dann habt ihr noch Sachen reingeschrieben. Genau, da habe ich noch Notizen dazu gemacht, ja. Wenn wir die Sachen einfach abtreiben. Das verstößt doch gegen die Bibliothek. Wir lassen den Bruder einfach... lassen den Bruder einfach zwei Nächte hier und er schreibt das Buch ab. Wie wäre es denn damit? Und ehrlich gesagt habe ich keine Lust, zwei Nächte hier zu bleiben. Wir geben euch dieses Buch hier auch dafür. Wer von euch ist denn besonders Zaubergebäude? Der ist gerade nicht hier, glaube ich. Oh. Nun, in dem Fall könnt ihr auch mit meinem Buch nichts anfangen. Wir nehmen den das nächste Mal mit und dann tauschen mehr. Nun, ich glaube, ich weiß langsam, wo das hinführt. Ihr wollt nicht nachgeben, ich will nicht nachgeben. Also, was tun wir? Wir wollen doch dieses Buch haben. Wir wollen doch nur den Inhalt abschreiben. Ist das so? Ich meine, ich kann euch gerne diktieren, was darin steht, aber vielleicht könnt ihr uns ja ein bestimmtes Kapitel sagen. Wir brauchen nämlich alle wichtigen Informationen über Seelenmanipulation. Das ganze Buch handelt davon, mein Freund. Ja, dann fangt er an zu reden. Ich schreibe auf. Ich glaube nicht, nein. Frau Bibliothekarin, kommt doch mal her. Dann kommt die, die kleine brillentragende Vampirin. Ja, was ist denn hier los? Bitte, bitte Ruhe in der Bibliothek. Diese Herrschaften lassen mich einfach nicht zufrieden. Sie belästigen mich und wollen irgendwas von mir entwenden, was eigentlich jetzt mir gehört. Und ich finde das hier sehr... Eigentlich gehört das ja der Bibliothek. Gibt es da keine Regel? Das ist maximale Ausleihdauer. Dieser Herr hat euer Buch genommen und einfach in seinen Körper eingefügt. Ich will das nicht mehr zurückgeben. Das kann es doch nicht sein. Um Gottes Willen. Ähm... Das ist ja... Also ich weiß nicht... Also ehrlich gesagt weiß ich nicht, was die Regeln dafür sind. Vor allem... Ich wusste ja nicht mal, dass das Buch überhaupt... Ei, ei, ei. Ähm... Ja, was habt ihr jetzt vor? Ja, fragen Sie doch die Herrschaften hier. Also ich will nur lesen. Gebt das Buch zurück. Wir wollen das Buch nur ausleihen. Ihr habt es schon seit 400 Jahren. 200. Nicht mal zählen könnt ihr. Der hat einfach dieses Buch zwischen seine Beine angenäht oder so. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ist doch widerwärtig. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie ich das lösen soll. Also... Wo ist euer Vorgesetzter? Der ist nicht hier im Moment. Wo seid ihr der Vorgesetzte hier? Was wollt ihr denn, was ich tue jetzt? Also ich bin doch nur... Ich gucke hier doch nur, dass das alles hier ordentlich zugeht und keiner Krach macht und so. Sagt ihm, dass er uns das Buch geben soll und wenn das nicht geht, dann soll er alles diktieren. Eins zu eins. Wie lange das auch immer dauert. Guter Herr Intrigal, dann... tun Sie doch, was die Herrschaften verlangen. Warum sollte ich? Ich sag euch was. Also entweder, entweder ihr haut jetzt gleich ab oder... Es gibt was hier. Der Tod von der Bibliothek. Es wird was geben, wenn Gabe davon erfährt, von diesem, was hier abgeht. Ach, ihr könnt mir einen Haufen Scheiße erzählen. Gabe persönlich hat uns geschickt für den Inhalt dieses Buches. Ja, klar. Mich hat Gabe's Mutter geschickt. Kennt ihr uns nicht? Was habt ihr gesagt? Habt ihr mich gerade eine Ratte genannt? Was? Ich dachte, ihr seid eine Maus. Quatsch. Was ist das? Hat er mir auch gerade eine Maus genannt? Ich zicke mein Rapier. Habt ihr als Kirby-Pupo hat euch eine Acht genannt? Hinten hört ihr nur so... Schick, schick, schick. Also bitte, wenn das hier sein muss, dann lasst bitte wenigstens die Bücher in Ruhe, ja? Die wollen nur die Seine. Ach, nein. Ich bin alle Bücher von Globinoe. Wollt ihr das wirklich? Nicht. Nun. Okay, also wenn's sein muss, dann... Reißen wir das Buch aus euren... Länden. In diesem Falle... ...habe ich wohl nur eine Möglichkeit. Bleibt doch stehen. Geht ja. Ich möchte euch ja nur ein bisschen Platz machen. Hattet ihr den fest? Dem gehören denn diese Tiere eigentlich? Sind doch keine Tiere erlaubt in der Bibliothek. Ich bin schon ein Sniper-Pupo zu spielen. Mir reicht es jetzt mal nicht. Ich grepple ihn, Mann. Reißt ihm einfach das Buch aus seinem... Wenn er mich so betränkt, dann... ...wird mir ganz übel. Lass mich doch mal kurz ein bisschen Freiraum hier. Ich grepple ihn. Ich kann auch... Okay, warte. Das ist ein Fail. Das ist ein... Ein Fail. Achso. Das habe ich mir schon fast gedacht. Nun denn. Wo du ihn greppelst. Tun wir es einfach. Es führt nichts daran vorbei. Ja, wenn er nicht will. Wir haben es versucht. Muss man schon sagen. Ja. Wir schlagen ihn bewusstlos. Und siehst du mir einfach mitzugeben? Oder war das zu kompliziert? Bringt ihn einfach um. Ja, wir töten ihn. Und dann schreien wir das Buch aus. Und dann wacht er wieder irgendwann auf. Ich habe die Frage. Wenn das Buch in seinem Körper ist und wir ihn kaputt schlagen und er sich sozusagen wieder verflüchtigt zu seinem Philakterium, ob wir dann überhaupt die Leiche sehen? Oder ob der Körper als Energie zurückwandert? Oder wird der Körper neu gebaut? Aber der Körper wird neu gebaut. Aber ist es nicht so ein... Kompliziert. Wir werden sehen. Achso, ist sein Philakterium das Ding, ja. Ich weiß es. Das klang ja so. A soul cage, ja. Ich glaube nicht. Ist doch irgendwie dumm, dass er das dabei hat. Und er sagt, was das ist. Ich glaube, das ist nur, das ist nur, dass die sich quasi so Spells und so Zauberbücher halt quasi so auf die Haut schreiben oder in den Körper bauen, damit sie sie immer available haben. Ich glaube, so ist das gemeint. Ich glaube nicht, dass das sein Philakterium ist. Voll schlecht. Naja, ich kannte ihn natürlich und ich möchte auch meinen Archers Aim machen auf ihn. Jetzt, da ich weiß, wie das geht. Okay. Nur wenig Schaden dafür, dass... Hast du nicht mit Grit getroffen? Hast du richtig schlecht gerollt, oder? Achso, ich habe nicht mit Grit getroffen. mit dem. Warte, was? Längere Text. Oh, okay, nice. Und dann mache ich das andere vor. Das war normaler der Mensch verdrückt. Achso. Dann mache ich noch mal einen Assisting-Shot für den Nächsten nach mir, der angreift. Oh, meine. Das muss noch überfällt. Aber zählt die nicht. Oh, nee. Der ist immobilized. Ja, also der erste Pfeil, der irgendwie so aus der Ecke geschossen kommt, er hatte dich gar nicht so wirklich im Blick die ganze Zeit. Und plötzlich kommt halt aus den Schatten so ein Pfeil geschossen und nagelt irgendwie seinen Skelett-artigen Fuß quasi so auf den Boden fest. Und er fängt an zu brennen. Feuerpfeil von oben nach unten nach dem ganzen Körper. Oh, was zum... Da steht, er muss eine Action-Boist ein Pfeil auszuholen. Darum ist man doch nicht nur noch ein Pfeil. Er ist auf Sloat 1 auf jeden Fall wegen Greater Frost. Nee, die alles schon hatte ein Success schon. Das war der, okay. Naja. Ich könnte mich einfach teleportieren. Das wäre doch gut. Ja. Aber nicht jetzt. Das nächste Runde, bitte. Ist denn das mit Magic bei Immobilized? Mit Magic kann ich da trotzdem casten, oder? Wenn es keinen Move-Trait hat, soll es gehen, oder? Ja. Nein! Es steht bei Immobilized, aber wenn du nicht keine Action benutzen, hast du den Move-Trait, die haben fertig. Die politische Action, ich bekomme die Möglichkeit. Aber da steht dabei, wenn du... Was ist das? wenn du feststeckst auf einem... irgendwo mit einem Pfeil drinnen und du willst dich per external force out of your space forcen, und dann musst du einen checken, die da die see auf der effect holding you in place oder der... Weil es ist hier keine external force, ist Magie. Aber ich bin in die Polizei. aus dem... Achso, es ist erst... Ach ne, ihr seid Runde 1, stimmt, dann ist er nicht. Hä? Das ist alles korrekt. Ich weiß schon, ich stelle da noch eine Action. Probiert sich zu befreien aus dem Immobilized. Wobei, ist das... Hä? Das ist A-Wild jetzt. Egal, ich probiere das Immobilized zu entfernen. Das ist Kastromi drückt. Zitaten... Athletics... Bludel... Ähm... Okay. Es hat eigentlich keine Reach, aber ich sehe nichts von da, denke ich mal. Ist okay. Ja. Achso. Probier ich am Weg. Äh, ist aber egal. Dann renne ich zu ihm hin. Zwei Runden. Und exploite ihn dann. Ich mache einen Esoteric-Lore-Check. Ja. Ist das ein Kriet vielleicht sogar. Äh, ja. Dann... Verrate mir mal seine Weakness. Er hat keine. Oh, na dann. Perfekt. Äh, ja. Alle anderen, die dann auch um mich herum sind, bekommen 1 AC dazu. Ich bekomme plus 2 AC und das war's. Gut. Dann steppe ich vor. Ich nehme an, man muss durch diese, äh, Wichregale durchlaufen. Geht sich dann genau bis hier her aus. Wegen meinem Winding Flow über diese Step Teil meiner eigenen Action, also einer Action, habe ich noch 2. Mache den... Mh... Oder, ja. Na, ich laufe hinterhin mit einer nächsten Move-Action. Und greife mit Flurry of Blows an. Schleiche ich mich zwischen den Bücherikern, an der Wand entlang, hinterhin springe ich über dieses Tischlein. Bin im Eck. Mein Vieh läuft nach vorne. Und dann zaubert mein Vieh. Segen wir uns im Range, bitte. Dann läuft mein Vieh nochmal nach vorne. Ich mache auch mein Vieh-Boost-Adelon. Und dann blitzt mein Vieh. Also das ist ja mittlerweile echt witzig. Dann darf noch Karlsvieh um sich bewegen. Dann scharge ich mit einer Action hin. Und blitzt schnell man. Ich renne da durch den engen Gang, wo die Bücherregale sinken. Ich renne, schwabble ich natürlich voll und hau alle Bücher runter, wo ich durchkomme. Das heißt jetzt Difficulterei hier. Nicht alle Bücher am Boden liegen. Nee. Dann stehe ich vor ihm. Dann werde ich ihn faszinaten. Nein, oder? Deswegen will er es. Kacke. Dann nachher ein Wechsel, bis jetzt falsch. Rechtsklick löschen. Geht nicht. Machen wir hier noch schnell alle die Frightful Presence. Ich spiele Keyboard. Muss ich dir auch machen. Wenn du 60 Fuß in seiner Reichweite bist, ja. Ich sehe ihn halt nicht. Aber nein, ich glaube, ich bin weiter weg. Nee, ist weiter weg. 40 gegen sein Reflex DC. Flex DC ist 43. Wie ich es noch einmal? Reden und her, ist egal. Uff, 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 uff. Dann renne ich mit all meinen Actions hier hin. Und das war's. Dann wirst du jetzt aber in der Reichweite. Hier, ich poste nochmal. Die Leute mit Fail sind Frightened 2. Hier, ist ja ganz schön nervig mit euch, ne. Meizium. Er schreit mit einem Whale of the Banshee. Manipulate! Pee-pee-poo-poo. Pee-poo-poo verfehlt. Strain 1d4. Oh, oh. Darf ich selber mal ein 1d4 Würfel machen? Bani ist auch noch drin. Ähm. Was muss ich machen? Den... Forty to save. Mh. Du misst dir hier aus, genau. Hast du noch? Ach, jetzt bin ich schon wieder Drained. Drained 2 sogar. Ach, das ist ja eh... Ja, ich hab eh wieder... Das ist ja eh Void Damage. Und dann hab ich jetzt Doppelt, oder? Was bin ich jetzt, wieviel Drained, du siehst Drained 1d4, das sind die Runden, oder was? Und wird ausgewürfelt, dass ich bin der Fail, ja. Du bist Drained 4. Warum nehme ich kein Damage? Du Drained 4? Weil du Untruth bist. Was ist da? Das ist ja 1, Junge, was jetzt? Das weiß ich. Die Gmbus wirfen, Mann. Das teelt nicht, ne? Das weiß ich jetzt auch so. Pipipipup, Mann. Ganz dünn auf einmal. Aber Pani auch. Das scheint 4, oder hast du schon. Ich Intensify. Zeige er noch einmal das Ding Trinket, vor dem er so viel Angst hat. Ich steppe auf ihn zu. Und schlage ihn. Zumachen. Natürlich. Sarah. Steppe vorwärts. Natürlich Flurry of Blows. Eins. Zwei. Booyah. Und mit der dritten Action raise ich mein Shield. Abt? Obwohl. Obwohl, Ihr Eidolon wird verstärkt. Und dabei läuft es nach vorne. Nein, Mann. Nein, Mann. Es wird ein nutzloses Eidolon. Nein, stimmt, stimmt. Doch. Jetzt versaut mir meine Last. So scheiße. Bipipopo Tencel durch alle durch, Mann. Er ist auf einmal ganz dünn, Junge. Er ist gerade getroffen, deswegen kann ich noch meine Opportune Backstep Reaction verwenden. Da auch nochmal drauf. Oh oh. Bipipop, das ist es. Wie schaut er aus? Richtig schwach schon, oder wie? Richtig dem toten Haar. Dann tanze ich nicht nach vorne, dann steppe ich nur nach vorne. Stich ihn ab. Ganz normal. Den schrecklichsten Schaden, der geht. Was weißt du? Reicht anscheinend nicht. Wenn du ihn nur so ein bisschen untouchst, dann... Pipipopo reiß über das Buch hinaus. Pipipopo schlägt gar nicht richtig zu, was denn da... Oh, Pipipopo. Nein, was reicht nicht aus? Pipipopo. Leider nicht. Was macht Pipipopo? Ja, was denn? Ohne Finisher macht einen so ein Spackler keiner. Was macht Pipipopo überhaupt? Also wie schlägt er drauf? Oder rammt er ihn mit seinem Bauch? Der steppt man nach vorne, man. Und dann mit dem Rapier, man. Dipp Dipp. Aber leider genau gegen den Brustkorb, man. Wieso tut der Rapier so wenig weh? Ist der stumpf? So ist er nicht da zwischen die Rippen... Schau über ein Blut bocklammern, der macht nur Schaden. Ein richtiger Duelldegen. Was steht da jetzt von einem Nubbel drauf? Ein Knubbel. Ja, genau. Ein Gummi-Ding, oder? Sie ist halt AFK. Ist Bunny nicht nur Train 4 auch, statt Train 5? Ich war vorher schon Train 1. Ah, da bist du ja. Sie stand 4, deswegen muss sie nur 4. Mach 4. Es wird nicht dazu gezählt, normalerweise. Naja, war automatisch. Nicht, irgendwie. Beende es, Bunny. Ist, okay, also er lebt noch. Dann hande ich ihn und ich mache natürlich wieder meinen Archers Aim an. Und es trifft perfekt. Oh, oder? Nicht. Reicht ihm das Buch aus den Rippen. Und im Träger, man erfällt zu Boden. Deine Seele fährt aus ihm raus. Ja, dann zahlt er so durch hindurch, fetzt das Buch raus und das Buch steckt jetzt so an der Wand hinter ihm. Also du hast das Buch durchlöchert mit dem Pfeil, ja? Naja, ja, ja, eigentlich schon. Aber man kann alles noch lesen. Das war so ein ganz dünner Pfeil. Was? Das ist ein Feuerpfeil mit Eis und Elektro. Das war aber ein ganz dünner Pfeil. Ich sag mal so, du triffst halt seinen Ripp-Cage, ja, seine Rippen und er pfeilt, bricht halt irgendwie so das komplette Rückgrat irgendwie so auseinander und das Buch plumpst unversehrt raus. Ja. So gut hast du geschossen. Machen wir das so. Alles geplant, natürlich. Alles. Ja, das Buch gar nicht. Vielleicht nicht. So, das ist die Strafe, weil man das Buch 200 Jahre zu spät abgegeben hat. Doch, da ist es. Ich reiß sie ihm raus. Jetzt fehlt ihm so eine Rippe. Legst du es da hin? Ja, das ist der Hinschirm. Jawohl, okay. Traytas, Trayking, was soll das? Traytas, Trayking, Grievous, Grievous. Ist es vorbei? Sind alle Bücher noch heiler? Oh ja, Gott sei Dank. Okay, es ist ja nichts passiert. Es ist ja nichts passiert. Ich dachte schon, da kommen jetzt gleich irgendwie so Feuerbälle geflogen oder so. Gott sei Dank, danke, dass ihr die Bibliothek respektiert habt. Habt ihr vielleicht ein Buch, was gegen Drained hilft? Ja, wenn wir eine Stunde Zeit haben, kein Problem. Ja, also wir haben schon einiges an medizinischen Büchern, falls euch das interessiert. Ja, da steht nicht so, wie ich schon weiß. Gleich da drüben, ja. Dann wisst ihr, wie man Drained wegmacht. Schaut mich an, ich bin nur noch Haut und Knochen. Ich bin ein legendärer Medikus. Was heißt denn Drained wegmachen, genau? Krass, Junge, da ist es dir an. Er füttert mich so eine Stunde lang. Stopft mich voll. Im Prinzip, ja. Mit verschimmelten Bananenpüree. Er spritzt dir so ein Energy-Drink direkt in die Umschlag. Ja, geil, aber nicht jetzt dann, wenn wir rasten. Kannst du das drei Stunden machen. Und dann raste ich vier Stunden, das sind viermal weg. Perfekt. Wenn es Red Bull war, kriegst du sogar Flying. Das wär's. Dieses Red Bull. Nun auf, lasst uns ins Büro gehen von Chemnivy. Wo ist dieser Typ von vorhin? Der wollte uns da wieder hinbringen. Hält uns jetzt der Bruder von dem Doomed? Drained. Und nein, noch nicht. Das dauert eine Stunde. Das dauert zu lange. Dann chillen wir drauf. Ich habe es satt. Ich möchte nicht mit Drained sein. Naja, aber er kann es nur um eins Runde machen. Deswegen dauert es mehrere Stunden. Ja, also es würde bei dir jetzt halt vier Stunden dauern. Ja, dann gehen wir halt weiter. Das war der Plan. Das ist so nervig. Dauernd, dauernd irgendwelche Feinde, die einen Drained haben. Schlimm, oder? Mit diesen Untoten überall. Das ist auch schon häufiger hier in der Kampagne als normal, oder? Mit dem Drained. Wegen den ganzen Untoten. Ich glaube schon. Ja, dann verabschiedet ihr euch von der netten Bibliothekarin und sucht wahrscheinlich den Typen da draußen. Der ist auch noch nicht wirklich weit gekommen. Da seid ihr ja schon wieder. Und? Habt ihr bekommen, wonach ihr gesucht habt? Ein Buch, oder? Geht er nicht an. Natürlich. Alles geheim bleiben noch. Bis zum Verfahren. Was für ein Verfahren? Ähm, ihr wisst schon. Äh, nein? Das ist ja noch kein Verfahren, aber ihr wisst schon. Keine, nichts, man sollte nichts der Öffentlichkeit irgendwie raustragen oder Gerichte streuen. Ach so, ja, 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 klar. Das sagt mir mein Vater auch immer. Ähm, also, und jetzt, ähm, Ihr kamt jetzt in den, auf den Campus nur für ein Buch, oder? Na, wie gesagt, vorher, wir wollten noch auch zum Büro von Kim Nebi. Ach so, ja, ähm, ja, ähm. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht, ob der, ähm, naja, ob ihr da viel finden werdet, weil, also, er ist natürlich nicht anwesend. Aber ich kann euch ja trotzdem mal hinführen. Ja, gut, dann, 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 dann kommt doch mal mit. Ähm. Und er führt euch halt so ein bisschen Richtung Norden wieder. Äh, wirklich auch quasi so der, der nördlichste, der nördlichste Abschnitt, den es hier auf dem Campus gibt, genau in der Mitte. Also quasi, wenn man sagen würde, ja, da ist der Direktor, oder whatever. Man wüsste genau, ja, da ist, da ist der wahrscheinlich zu Hause. Und, ähm, genau. Dann seid ihr davor, er meint jetzt so, ja, gut, dann, ähm, also, wenn dann sonst nichts mehr ist, äh, ich hab jetzt auch bald wieder ne, ne, ne Vorlesung. Ihr kommt klar, ja? Ja, das werden wir schon hinkriegen. Dankeschön. Danke, mein Bruder. Nun denn, äh, war mir ne Ehre, war mir ne Ehre. Sehr, genau. Ihr kommt an in den Hallen im Flur vor Kim Nebis Büro erstmal. Ich aktiviere eine neue Map. So. Und, das erste, was ihr seht, hier ist es natürlich sehr dunkel gehalten, in diesen Räumlichkeiten. Ähm. Es sind relativ viele Schatten hier auch zu sehen. Ihr fühlt euch teilweise so ein bisschen, ne, ihr fühlt euch nicht, ihr fühlt euch nicht daran erinnert, wie es damals bei der Hexe war. Äh, denn da wart ihr ja nicht. Und, äh, ihr könnt aber direkt so mit eurer momentanen Kenntnis, könnt ihr direkt schon ausmachen, so, hm, Lichtquellen werden hier anscheinend so ein bisschen verschluckt. Mit magischem Licht könnte man es theoretisch probieren, aber habt ihr ja auch nicht nötig. Ähm. Ja, ansonsten, scheint es hier auch sehr gedämpft zu sein, was Geräuschkulisse anbelangt. Ob das jetzt ist, um irgendwas zu verstecken oder einfach nur, weil der Typ seine Ruhe wollte, ist ja auch nicht. Die Decken sind ungefähr 15 Fuß hoch, hier in diesem ganzen, ähm, Gebäude. Und, als ihr da so vor der Tür steht, wo drauf steht hier, Kim Nebi, probiert ihr natürlich die Tür zu öffnen und stellt erstmal fest, oh, die ist wohl abgeschlossen. Kurz darauf hört ihr, wie sich am Ende des Flures eine weitere Tür, ähm, anscheinend befindet und die sich öffnet. Äh, hey ihr da, wer seid ihr, was wollt ihr hier? Wir sind, wir sind Blutfürsten. Was sind das für ekenhafte Viecher? Du siehst die nicht so, wie sie da gerade als Token sind, sondern für dich sind das normale Menschen erstmal. Achso. Aber Blutfürsten, und wir müssen mal rausfinden, was das ist. Der vorne, äh, ja, ich mein, ja, Religion. Reicht nicht. Reicht auch nicht. Aber es sieht jetzt auch irgendwie nicht so ultra special aus, sondern eher so, keine Ahnung, wie wohl irgend so ein untoter Typ, der hier arbeitet. Was wollt ihr hier? Habt ihr da gerade probiert, diese Tür da zu öffnen? Grüß das. Schört sie das. Ist das verboten? Ja, ihr könnt doch nicht einfach so in die Büros der Angestellten hier einbrechen. Aber es geht um Kim Nebi. Wir müssen da hinein. Ich zöge schon mal meinen Bogen raus und ziehe auf ihn. Sag uns, wo Kim Nebi ist. Was ist das denn für ein Benehmen? Steck das sofort wieder weg. So was Ungehobeltes. Jetzt spann' ich den Bogen an. Schau ihn nur so an. Was ist das für eine Schweinerei? Soll ich die Wachen noch rufen? Okay, dann schieße ich am Fall auf ihn. War ein Bahnschuss. Mein Bruder. Na gut, wenn du wenn du schießt, dann Barbara, strike. So was muss ich mir nicht gefallen lassen von irgendwelchen Stümpern. Aber was solltet ihr? Denn wir sind im Aufgab unseres Herrschers hier. Pappala Papp. Leute, die offiziell hier wären, würden nicht einfach so die Angestellten des Campus hier angreifen. Wenn sie im Weg sind, schon. Tu nicht, Gute seid ihr, Diebe! Squeak, 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 squeak! Nein, nur. Ich versuche, ihn zu demoralisieren oder was kannst du denn? Das ist eine Frau übrigens. Ich habe vergessen. Ich wollte den diese Frau da attackieren. Das ist ein Hit schon, oder? Ich gehe mal davon aus. Ja, ist ein Crit. Ein Crit? Nice. Ich steppet. Das mit einem Bogen. Wenn Uli das sehen könnte. Ich habe halt mein ganzes Geld da rein gestellt. Nach dir auszahlt. Kann man nicht sagen. Dann mache ich noch einen Assisting-Shot. Auf die Gute. Auf die Gute. Ja, ist schon gut verletzt. Ja. Assisting-Shot, das war ein normaler Hit. Kannst du dir reinziehen. Oh, ich. Dann laufe ich hinter sie. Ja, warum nicht? Keyform. Oder was war es? Keine Keyform. Ich glaube, das sind Schwächlinge. Deswegen einfach Shield Up plus Flurry of Blows. Ja, witzigerweise machst du gar nicht so viel Schaden, wie du erwartet hattest. Echt? So. Dann machen wir doch mal. Einen Step hier hin. Wobei, geht sogar besser. Warte. Macht von hier erstmal einen Flaying Flurry. Und er probiert jetzt mit seinen Klauen dir quasi die Haut abzuziehen. Ja, es würden zwei treffen. Hat noch nie gegen eine Schildschlange gekämpft. Das kann sogar gut sein. Uiuiui, Critical Miss, was macht denn da die brave Schlange? Der hat ja irgendwas Schönes. Das Arm, wolltest du kommen. Ja, das ist, wenn ich einen Shield Block mache. Das brauche ich nicht. Reactive Shield? Nein. Das sage ich, könnte unsichtbar werden. Darauf pfeife ich erstmal. Und dann, wenn ich mal das Grid trifft, dann kann ich was machen. So ist das. Ja, leider keine Flaying Flurry. Ja, ja, bewegt dich. Dann steppte du da oben. Beweg dich, du. Geh, das ist mir schon. Casted Eclipse Burst. Ich nehme an, nicht auf mich. Wieso nicht? Trifft mehr Leute, jetzt auf euch geht. 60 Fuß Footpost. 60 Fuß? Easy. Ach so, locker. Auch Freunde. Das kann es nicht sein, alle. No Creatures in the area. Also auch Freunde. Auch sich selbst, nein, ja. Warte mal. Mach erstmal ihr, bevor ich mit meinen Sint hier mache. Er macht es ja natürlich nicht auf sich selbst, die dann selber nichts machen. Funny. Aber alle, die links stehen. Ja, wohl, das ist voll viel Negativ Damage dabei. Weiß ja nicht, wie viele von euch untot sind. Ups. Das ist der Damage. Jeder hat, so herrlich, ey. Nee, das ist der Damage. Hä? Moment. Hm. Die leben doch eigentlich. Äh, die sind doch eigentlich unberüblich. Wer lebt? Nein, meine Viecher sind untot. Aber das versteht er nicht. Mal gucken. Baron. Du spielst. Das Vieh. Das landet hierhin. und versucht dann wieder einen Flurry. Es ist auf jeden Fall, es ist möglich. Er hat es verdient, das lasse ich ohne Schickblock. Let's go. Elf. Ja. Soll sich auch validiert fühlen. Pipipupu. Schon lange keinen Erfolg mehr gehabt, wahrscheinlich. Pipipupu. Pipipupu, Mann. Renn so, renn so. Das heißt, er macht einen Wexing Tumble, alle drei machen, das heißt, alle drei machen, alle gegen Reflex DC von denen. Ja, das klappt bei allen, Das klappt. dann steche ich den unten ab mit einem Targeting-Finisher. Oh, ne, ist gelogen sogar. Das klappt bei keinem. Das ist ja sad. Das tut mir leid, Pipipupu. Das ist sad. Sad. Dann mag ich das noch einmal. Mal. Wer nennst du? Dreifach Salty, Mann. Das vergehe, das vergehe. Dreifach Salty, Mann. Und ich, ich nerve sie so mit meinem Schwanz und meinen Händen. Ich zieh ihn so auf den Füßen und nerve sie so. Deswegen kriege ich von Arsch. Toll, jetzt ist ja nur noch eine Action. Mit dieser einen Action greife ich ihn halt, jetzt würde ich mich in einen schieben. Und ich zaubere ein Level 9 Ich zauber ein Level 9 Chain Lightning Beginnend bei dem ersten einfach. Chain Lightning, einziger Spell im Spiel, Mann. Der und Fireball. Das erste Ziel ist hier, die Person, deren Namen ihr nicht kennt, vorne, ja? Genau. Oh oh. Eigentlich will ich den nicht töten, Mann. Ich hätte ihn höchstens bewusstlos geschlagen. Ist mir egal, dass mein Tier verletzt wird. Was ist der Damage? Poch. Stolz. Puh. Ist ja lebst du. Mh mh Liegt mein Türchen nach vorne Sabber Maul Und dann probiere ich den bewusst loszuschlagen Minus 2 Ich habe es jetzt mal nicht gemacht Aber diesmal zählt es wahrscheinlich Wichtig Dann gehe ich hier nach vorne Suche mir am Weg dorthin schon irgendeinen Trinket an meinem Gürtel Und exploite ihn Und greife ihn an Also vor allem auch noch ein Check Checky-Check Checky-Chan Das ist ein Success glaube ich Äh ja Ja das reicht Äh Sarah kriegt jetzt auch dann ein Plus 1 AC gegen das Viech wenn sie ihn angreifen sollte Sehen die immer noch aus für Menschen oder was? Ich hatte jetzt den unteren von den beiden Und ich mache wieder Archer's Ame auf ihn Archer Eme Und dann mache ich wieder ein Assisting Shot Auch hier auf den gleichen Aber man hat gemisst Aber man hat gemisst Ein Assisting Shot für Sarah Und wer noch auf den oberen war das? Ich habe auf den unteren Ich bekomme Ich bekomme Plus 2 wenn ich nach oben gehe Ich gehe hoch Step Flurry of Blows Einmal Zweimal Und Oder jetzt Shield Das Vieh rastet jetzt aus und reißt sich die Haut vom Leib Wie bitte? 120 So ich Halt allen Ah Calcium Ah ok Den ist es nicht egal So was haben die noch nie gesehen Ja Aber ihr seht das alles jeden Tag Kommt halt immer wieder voll So Jetzt hat der kein Skin mehr Jetzt sieht er so aus wie auf ein Bild Ja Der macht ein Flaying Flurry Probiert Bruderknochen Ruh seine Haut Ja Die er gar nicht besitzt Probiert die runter zu reißen Gegen meinen 42 der DC Wie Okay Also muss er dreimal treffen Achso zweimal muss er sogar treffen Ja den Schaden kriegst du trotzdem Achso Schade Probier kann was Das will mir die Haut runter kratzen aber Das kratzt nur meine Knochen Der hier macht einen Maskula Liebmann Verliert 20 HP Und dann springt er da hinten zum Baron Natürlich Wohin son Warum ist Butterkeks Ist im Tod nah Von diesem Achso Der arme Butterkeks Und er will natürlich dem Baron die Haut abziehen Denn nix würde ihm besser passen als die Haut einer Ratte sich überzustürfen Wie hat er mich genannt? Wie hat er mich genannt? Halt's Maul Auf jetzt Komm Treffe nochmal Bitte Ja Nein Piepipufu stürmt hin Und finisht ihn auf Und zwar lethal Mhm Dafür hab ich so nix Das ist dieser Schaden Alles was dabei steht Und dann tanze ich noch mit ihm Jawohl perfekt Dann tanze ich mit ihm Schaffst du Und positioniere ihn Hierher Nein Nein Warum Jetzt tötet er Butterkeks Er zieht sich die Haut Und Butterkeks Zitra Irgendein Typ muss ihn halt Tötern Zu mir Zabbermaul Ich weiß dass das Zabbermaul hätte Flank Können wir nach Ich bin so dumm Du bist dumm Ich bin so dumm Du bist dumm Ich bin so dumm Ich bin so dumm Ich bin so dumm Ich bin so dumm Das stimmt auch wieder So intelligent Sabbermaul Sabbermaul takes noch damage Das ist ja witzig Dann schlägt Sabbermaul nochmal zu Schlägt Schatz So viel weg? Bitte nicht man Pipipupu safety Mann ich will doch noch mal eben die Haut abziehen Und ich will nicht Act together kann ich aber nur Weil wenn ich Pipipupu die Haut abziehen Ich bin immer zu groß glaube ich Ich bin voll am Atmen 50 aus dem Ort Wenn nämlich ganz hier mal der Richtler Der Richtler ist schon mal gestorben Er fliegt nach vorn und schlägt zu Dann Opportunität schlag ich in natürlich Das trifft aber nicht Das ging nämlich auf den falschen Mit Frightened und Of God Dann gehts nicht Bruder Knochen Ruh Der Bruder Knochen Ruh intensified seine Vulnerability Und greift ihn dann noch einmal an So Plus 2 dazu Zack Bumm Warte Zuerst mal Achso Aber es wird dir nicht reichen Und dann nochmal Booty Lasst mich euch die Haut abziehen Ich ziele auf ihn mit meinen Bogenschützen Fähigkeiten Ah Udi Damit habe ich jetzt nicht gerechnet Udi 2 Punkte Krass Krass Dann versuche ich es halt nochmal Ohne meine Bogenschützen Fähigkeiten Bei nächstens habe ich einmal getroffen Das war ja voll peinlich Und da hauert sie sich noch einen Kill Jawohl Nein Obwohl ich so scheiße war gerade Gebt mir diesen Zauberstab Habt ihr ihn umgebracht oder lebt er noch? Er lebt noch Aber den Stab nehme ich trotzdem an Ihr könnt ihm doch nicht den Stab stehen Er hat mich an Damit habe ich nichts zu tun Diese hässliche Fee hat doch zuerst angegriffen Tja dann soll sie vor Gericht geschleppt werden Ja das meine ich ja Ich habe da nichts zu tun Warte habt ihr nur bewusstlos geschlagen oder? Hm Hä ich dachte ich habe ihn getötet Du hast ihn Du hast ihn Nein Salbermaul hat es getan Du hast die Schwächlinge getötet Achso die Ja bitte Lass die liegen Und wir schauen bei euch Das hässliche alte Mann Wo sind die rausgekommen von da hinten Was hat die für ein Für eine Kleidung an mit Schneeflocken Also wirklich Schneeflocken Ja wirklich Wir sind hier in einem öffentlichen Gebäude In einem öffentlichen Und die Leute im öffentlichen Dienst bekommen Kleidung aus der letzten Saison Mach mal Der greift einfach irgendwelche Beamte an Was ist los mit euch? Kennt man die Person? Macht mal einen Society Check Ob ihr die kennt Einfach mal töten und nachher nachdenken Kenn ich die eigentlich Ihr habt keine Ahnung wer das ist Immerhin Die sie war 39 Ich weiß nicht schlitzigerweise Entstehen Entstehen Kommt Baby Popo Hero Point Was denn wieso? Vielleicht fühlst du eine 19 und eine 18 oder sowas Mh 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 Was macht ihr denn erstmal mit der bewusstlosen Person hier? Sie Das will ihn mal liegen lassen Mh 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 Die Vizekanzlerin, wie grot die Stroh, die konnte das nicht wissen. Wieso habt ihr mein Tier angegriffen? Was redet ihr da? Ich wurde doch zuerst angegriffen. Oder ist euer Tier diese, diese... Was ist das überhaupt? Was bist du für eine Fee? Ich bin eine Fee. Wie ist das denn eine Fee? Was ist denn das dann, wie eine Fee aussieht? Das geht euch gar nichts an. Eine hässliche Fee. Ja, anscheinend schon, wenn ihr auf mich schießt. Ungehobeltes Flittchen. Geht zu Gabe und knackt sie an, das wäre egal. Mit Nehmen bringen sie dir im Wald wahrscheinlich nicht bei, hä? Das Feenvolk. Da habt ihr recht. Da habt ihr so recht. Ey, was wollt ihr gegen Feen sagen? Ich bin hier die Fee. Du siehst aber nicht aus wie eine Fee. Du siehst... Wie sieht denn dann aus? Ja, weniger wie eine Fee als die da. Wie gesagt, wir hatten nichts damit zu tun, und dieser Verrückte klackt sie an, sagt es Gabe, was auch immer. Wir haben euch nicht getötet. Wie ist ihr Name? Verratet mir sofort ihren Namen. Bunny. Bunny. Ich werde das sofort melden gehen, sobald ich hier wieder aufstehe. Probiert sich aufzurichten, aber sie ist so erschöpft. Ich halte sie hier mit meinem Affenschwanz, hebe ich sie auf. Oh, danke schön. Oh, danke junger Mann. Das ist ja nett. Ja, was ist denn los hier? Ich bin noch ganz schwummerich. Was wollt ihr denn? Wir wollen nur ins Büro von Kim Nebi. Wir brauchen Beweise, dass er unschuldig ist. Wenn nicht, ist alles nur ein Missverständnis. Ach so, dann sag das doch gleich. Meine Güte. Ich musste meine Banane essen. Nein, diese Frau ist einfach verrückt. Einen Scheißdreck habt ihr gesagt. Einen Pfeil habt ihr geschossen. Ich hab gesagt, sag wo Kim Nebi ist. Sag der Mann, das können wir später regeln. Wie sagt, wo Kim Nebi ist? Jeder weiß, wo Kim Nebi ist. Der ist auf der Flucht momentan. Wirklich. Weil dem irgendwelche Leute was in die Schuhe schieben wollen anscheinend. Wir wollen nur ins Büro. Das ist irgendwelche Arschlöcher. Wirklich. Gebt ihr. Was ist das hier mit Namen reinwaschen? Das ist das hier mit Namen reinwaschen und was wollt ihr tun? Wer seid ihr? Erkennt ihr uns nicht? Schaut uns doch an. Oh, um Gottes Willen. Oh. Entschuldigt. Ich dachte. Pee-pee-poo-poo-check. Ihr müsst verzeihen. Meine Augen sind auch nicht mehr so gut. Ich dachte wirklich, ihr seid Gauner. Und dann hat diese, diese da hat auf mich geschossen. Wir sind eure Zeugen. Wenn ihr aussagt, wenn ihr Zeugen braucht, wir sind auf eurer Seite. Diese hässliche Fee ist schuld. Verstehe, verstehe. Das merke ich mir. Legt euch doch erstmal hin und überlasst uns die hässliche Arbeit. Dann macht mal einen Deception-Check bitte. Ob sie euch das abkauft. Rot wahrscheinlich. schlägt ihr nicht an, Junge, wenn der, wenn der Zeugen braucht, wenn die Zeugen braucht. Pipipopo. Nicht deswegen, sondern dass ihr hier seid, um Indizien zu finden, dass er falsch eingeklappt wurde. Ähm. Oh. Ja. Knapp aber. Hast du geschafft. Puh. Puh. Äh. Nun gut. Und, ähm. Naja. So. Ja. Ihr seid ja auch definitiv hart im Nehmen. Also. Na gut. Dann kann ich euch da wohl. Nun gut. Ähm. Dann nehmt doch mal hier, wartet mal. Ich hab, ich hab extra so einen Schlüssel für die Tiersäger hier, den könnt ihr gerne haben. Danke euch. Sehr freundlich. Ihr müsst wissen, die, das, das Büro ist nämlich, äh, vom Kanzler, das Büro ist ziemlich gut abgesichert. Wir hatten da direkt schon so ne, so ne kleine Falle an der Tür, die wäre wahrscheinlich losgegangen, wenn der wirklich Gauner gewesen wäre, hätte da die Tür einfach aufbrechen wollen. Puh. Gute Frau, ich habe einfach... Mit dem Schlüssel, mit dem Schlüssel könnt ihr die umgehen. Sind das eure Schüler, oder was sind das für Gestalten hier? Na ja. Ähm. Zumindest bezeichne ich sie so. Die sind tot. Ja. Wie auch immer. Auf jeden Fall sind sie jetzt tot. Ja toll, jetzt muss ich mir wieder neue Gehilfe suchen. Die, 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 die die Kosten könnt ihr ja anklagen. Könnt ihr einklagen Na gut, okay Das wird auf jeden Fall noch Konsequenzen haben, junge Frau Es gibt ja schon noch Regeln Aber das muss man immer dem Bewusstsein Also ich werde euch auf jeden Fall nicht mehr hier auf unserem Campus lassen Das könnt ihr euch abschminken Wenn ihr an die Akademie wolltet Hier komme ich eh nicht mehr her Ja, das, so seht ihr auch aus Danke für den Schlüssel Legt euch erstmal hin, gute Frau Ja, ich, ja, ich geh mich mal Ich helfe euch Vielen Dank, Herr Baron Oh, ihr seid ja stärker als ihr, als man denkt Das wird euch gerade schwach genannt Bani, was sollte das? Ihr seid ja verrückt Ich will einfach weiterkommen Das dauert mir schon viel zu lange hier Ich glaube, ich dauere das noch länger Wir wären schon längst drin gewesen Haltet euch etwas zurück Der Langweiler Wie seid ihr überhaupt Blutfürstin? Das geht euch gar nichts an Was seid ihr überhaupt Blutfürstin? Natürlich Das glaube ich nicht Das ist nicht mein Problem Spät die Tür auf Wer hat den Schlüssel? Der Bruder Ich? Da habe ich den Schlüssel Warten einmal Bevor wir dort reingehen Vielleicht sollte der uns erst einmal unsere Wunden versorgen Oder? Kein Problem Kommt her Zeigen eure Wunden Ich spüre Mit meinem Tremor-Sense Mindestens drei gestalten Spüre ich vielleicht auch noch etwas Magisches Mit einem dritten Auge Grit Success Äh, Bruder So, was macht ihr was? Zehn Minuten heilen Okay Und wenn ihr es so eilig habt, Bunny, dann geht doch vor Oder schickt euren Bären nach vorne Der macht Urlaub Dann habe ich noch nie was anderes machen sehen Das ist gut für ihn Was ist das hier? Licht Das ist Licht, ja Pipipupupu wird angezogen wie eine Motte vom Licht Ja Pipipupu Das tut er Und als Pipipupu die Mitte dieses Flures erreicht Passiert folgendes Pipipupu check Flex wahrscheinlich Ich würde da drauf Das trifft dich wahrscheinlich Okay, ja Jetzt kommt da was rausgeflogen aus Da kommt nämlich von unten Kommt plötzlich solche Schattenhaften Hände Und schlagen nach dir Das war nicht der Damage, by the way Das war der Attack Roll Ich habe auch kein Damage gemacht Achso, ich dachte nur, weil er plötzlich leicht verletzt schon Ja, ich habe das auch nicht gedrückt Das ist der Damage Hättest du vielleicht nicht für mich gedrückt? Ich check sie nicht Vielleicht vom Drained Das ist der Damage Und du bist automatisch auch Gegrappt Und ihr seht wie Pipipupu so Die Halle entlang geht Und plötzlich Schlägt irgendwas nach ihm Und hält ihn fest Solche Solche schattenhaften Arme Aus dem Boden Halten ihn fest Und dann rollen wir mal wieder Initiative Bitte Pipipupu Baron, du reagierst als erstes Was war das? Pipi Ich störe immer nach vorne Was sehe ich? Du siehst wie Pipipupu vor dir steht Wie in so einem schlechten Hentai Und irgendwelche tentaklickenden Schattenarme Nach ihm greifen und ihn betatschen Ich kann nicht über diese Schattenarme irgendwas rausfinden Ähm Du spürst auf jeden Fall nur, dass sie magisch sind Magischer herkommt Gibt es aber Kommen die nicht irgendwo raus Sondern einfach aus dem Boden Und ich sehe nicht, ob man die irgendwie Deaktivieren kann Oder Du siehst so eine kleine Vorrichtung links da Wo dieses Licht auch ist Es könnte eventuell irgendein Artefakt sein Was das hier auslöst Das könnte man wahrscheinlich dann auch mit Diebischem Geschick irgendwie manipulieren Dass es aufhört Sarah, hier Seht ihr das? Kommt rein, schnell Ich gehe wieder zurück Oh, genau Hier links Da wo Pipipupu steht Lasst mich vorbei Okay Äh, du bist Aber noch Gar nicht dran Es ist mal noch die Falle dran Und zwar Oh je Ja, Pipipupu Dann, ähm Fängt es mal an Nach dir zu schlagen Weil Sonst ist ja keiner Pipipupu Hentai Octopus-Style Schreibes Bild Pipipupu 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 Hat Rune, Mann Wenn er 17er Würfel erhöhen Keinen Kritschaden kriegt Pipipupu 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 Drei Wirft noch Pipipupu Vier Ich bin schon down Ist egal Okay Viermal Komm Scheiß Tja, was macht ihr? Äh Ja, ich seh nicht mehr was da drin passiert Das war ein Problem Aber ich höre Pipipupu schreien 2010 Und ich eile ihn zur Hilfe Ja, ich tretoniere dich jetzt einfach mal Mach mal Legendary Ist immer so hardcore Mann Safe, sicher, sicher Und da links ist die Falle drin Du siehst vor dir halt Ja, also Da wo der Baron hingezeigt hat Ist auf jeden Fall irgendwas Komisches Da Irgendeine Vorrichtung Aber die eigentliche Falle Was hier Damage macht Das sind so Drei Drei Äh Quasi Tentaklige Schattenhände Die hier nach den Leuten Schlagen und greifen Kann ich da einen Äh Okkult vielleicht Oder Religionscheck machen Um rauszufinden Wie man diese Vanischen kann Anti-Lore Ein geschickter Dieb Oder jemand der Magie Dispellen könnte Das schaffen Pipipupu Ich versuche dich herauszuziehen Nun, er wird festgehalten Von den Viechern Dann Machen wir einen Tug-War Ich geniege den Tug-Hinde Mit einer ganzen Kraft Wir sind zu stark Keine Chance Ja, aber ich habe eigentlich Keine Ahnung, was ich hier machen kann Ich delay Dann ist jetzt meine Zeit gekommen Ich laufe vorwärts Schaue mir diese Drei Tentakel Scheißding an Und möchte sie Du hast wieder genau den DC Ja Ich durchträne diese drei Hände So wie ich es kenne Von der Source Von der Quelle Mit viel Fingerspitzengefühl Es ist Tolbracht Dann helfe ich Pipipupu auf Ich versuche es ihm aufzuhelfen Aber das Fett verschlingt dich Man, richtig Ich richte mich selber auf Und du bist Die Hand geht so rein Die Fettfalte Er hält sich nicht Was ist passiert? Er legt nur seine Bauch Muskeln zusammen Er legt seine Arme ganz schlaff zu Boden Ist wurscht Er steht bei sich auf Pipipupu drückt etwas hinten raus Was ist passiert? Was war das? Waren Schattenhände Sie umflungen dich So etwas Das ist unglaublich Was war das? Was war das wirklich? Eine Falle Es gibt es sicherlich noch mehr davon Vorsicht Ich spüre drei Kreaturen hinter dieser Mauer Will jemand vielleicht mal vorschauen Jemand der Im Schatten vorgehen kann Ich brauche Heilung Schwerst verletzt Hier nimmt das Trink den hier Oil of Olas Ich drücke also drückst du Das ging nicht bei mir Ich drücke Erklären Aber es sieht ja nichts 8,8 plus 30 Hallo 55 Während die sich heilen Schleiche ich mit gezücktem Schild vorwärts Achter fallen Ich danke Ja bisher Wirkt alles safe Aber Keine Ursache Warte Vor dir ist jetzt So ein Türrahmen quasi Und dahinter ist dann Eventuell Dann das Büro Aber ich kann schon durchschauen Also die Tür ist offen Oder wie Ja 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 Sagen wir es ist eine offene Tür All den tausend Jahren in den Rädern Grüße Guter Mann Ein Genom Den Schritt fort So und also durch den Türrahmen gehst Wow Passiert folgendes Oh boy Jesus Okay Gib mir mal ein Fortitude save Was hat denn der für eine leckere Nachspeise in der Hand Give it to me baby Oh das ist ein success Okay sehr gut Und zwar cast the tattoo woman Ach critical Ja okay Wieso wird es nicht grün angezeigt Bei mir Mann Ist es bitte grün Die Zahl Ja Die Serra ist grün ja Bei mir nicht Aber ja Aber ja Der Türrahmen Casted implosion Auf dich Ich schalte meine Bauchmuskel zusammen Und halt alles Und halt alles auseinander Nichts implodiert hier Eine schwache Falle habt ihr da Ah ihr habt die Falle ausgelöst Das kann eigentlich nur eines bedeuten Dass ihr hier nicht eingeladen seid Sagt mir sofort was ihr wollt Eben schickt uns Und wozu Der Baron ist unser Handführer Lasst ihn sprechen Gerne schickt ihn doch rein Durch diesen Türrahmen gehe ich sicher nicht Warum denn nicht Baron Also wenn ihr Wenn ihr ein Freund Kim Nebis seid Dann sollte euch nichts passieren Kommt Schaue ich mir die Tür an Ob ich irgendwo den Fallenmechanismus entdecke Und Ich bemerke das Alles klar Dann halte ich hier ein bisschen Dann Ja Ja Du siehst Eine ähnliche Vorrichtung Wie vorhin im Flur eigentlich Also könnte auch wieder Dispelled werden Oder halt Einen fetten Thievery Check Dann fange ich mal vor alle Augen an Rumzustochen Was zum Hör sofort damit auf Letzte Warnung Warum sollte ich das tun Die ist da aus gutem Grund Sagt mir sofort was ihr wollt Sonst Sehe ich mich dazu gezwungen Ähm Meinen Lehrmeister zu verteidigen Wir sind Blutfürste In dem Auftrag Gebs Wer seid ihr Ich bin der direkte Schüler Von Kanzler Kim Nebi Der euch wahrscheinlich Übergestellt ist Also Vorsicht Niemand steht Übergeben Aber über euch Ihr seid nicht Geb Oder wollt ihr etwa Mir weiß machen Ihr seid Geb Das ist nämlich Quatsch Denn ich weiß nämlich Wie Geb aussieht Im Nebi hat sich Gebs Befehl Zu beugen So auch ihr Deaktiviert diese Falle Und äh Ich muss mich aber erstmal Dem Befehl Meines Herren Äh Beugen Also äh Ihr wisst schon Hierarchie Und er ist quasi So der direkte Über mir Deswegen Nein Das werde ich nicht tun Ich geb euch noch Die letzte Chance Also wenn ihr gehen wollt Dann geht jetzt Ansonsten muss ich Äh Sehe ich mich gezwungen Ähm Äh Äh Euch aufzuhalten Ihr aktiviert sofort die Falle Oder ihr seid des Hochwärts angeklagt Wie euer Meister Ken Nebi Und als du das sagst Sieht er sich dazu gezwungen Euch zu engagen Im Gespräch werde ich nichts helfen Das heißt Perzeptione Perzeptione So Dieses Wunderschöne Wesen Das zielt natürlich direkt auf den guten Serra Sehr gut Ich bin unbeeindruckt So welches Element nehme denn Ich zaubere Für drei Actions Einen Elemental Herald herbei Und ich wähle das Element Ich nehme das Element Was Da Nein ich nehme Erde Sorry Das heißt Ein riesiges Erdelementar Er scheint plötzlich in der Mitte des Raums Blickt Auf den Boden Direkt hier vor denen Äh Jeder Enemy macht einen Reflexsafe Gegen meinen 42er Das ist glaube ich die Seave 41er Keiner hat einen Gritfilm Schade Dann war es das für das Elemental Diese Runde Nächste Runde geht es wieder weiter Und Act together mäßig Fliegt es aber mal jetzt rein Oder nicht Ja halt aber mal fliegt rein Das heißt ich muss ein 4D2Z Machen Das ist korrekt Dann fliegt auf Sabermall Ein Implosion Spell 85 Damage 85 Damage So Dann ist der dran Der Castet Raus Skeletons Da hin Und dann geht er noch so einen Schritt zurück Ich habe euch gewarnt Das ist jetzt Difficulte Ränder auch So bei dem Schablone Ja dann mache ich Das hier Keine Action Nur glaube ich Zwei Dann halt zwei Gebe ich auf uns alle Das ist ein Difficult Herr für uns Außer sich Greta Hm Drei ist sich Eisig Fassolens Geht sich aus Außer dann viel halt Das heißt das ist kein Difficult Terrier mehr Ich bleib dabei einfach stehen Und werde den Typen faszinieren Das heißt ich mache Performance gegen Ach die F*** A divinely inspired prank Was Ich muss noch einen Prank machen Und zwar Hm Und zwar ein So ein Affemann Der prankt Nicht nur zum Spaßeswillen Sondern um den Leuten Etwas beizubringen Ja Und deswegen Pranke ich Den Baron Mann Der Baron schaut mich gar nicht an Mann Das ist aber Maul Kriegt auch die Fresserin Da durch Und ich packe Von hinten mir Ich packe mir den Genau Ich packe mir den Baron Mann Er ist eh so klein Mann Er checkt das nicht Ich packe ihn mir Und dann halte ich ihn Mit meinem Popo hin Und lass einen Popo So richtig in sein Gesicht Pfurzehen an Mann Und er muss einen Fortitude Safe machen Mann Ob er sich jetzt ankotzt Das ist der Punkt Toller Break Naja Man muss halt was lernen Dass die Leute genervt sind Darum kotzt sich Etwas als Signet 1 Du musst es eher Das Vieh Das wurde ein Prank Ist so Es fliegt hierhin Und dann steht Sabber Maul erstmal In seiner Auge Weiß nicht Ob Sabber Maul Überhaupt Void Damage kriegt Ja Nein Nein Gut dann ist Sabber Maul Das egal Was soll denn das denn Überhaupt Das ist das Was der Baron Beschworen hat Das ist ein riesiges Trick Sehr gut Funny Da oben passiert Irgendwas Komische Skelettarme Kommen aus dem Boden Und du Rennst genau rein Okay Ja Interessiert mich eigentlich nicht Ich muss ja sehen Was hier los ist Muss ich mir ein Save Oder so machen Nordisch gucke Weil Difficult Terrans Ja egal Die Skeletons first appear Äh ne Ist anscheinend erst Äh Wenn der Typ wieder dran ist Na dann Hunte ich mal den Der mir gegenüber ist Mit meinen Übersinnlichen Kräften Das Bogenschießens Und dann mache ich mir auch hierfür Bruder Knochenruhe Falls der das braucht Vielleicht doch nicht Wer auch immer Möchte mein Assisting Sport Ah ja stimmt Na dann nächste Runde So Der Bruder muss mal nach vorne Aber der sieht nicht was da abgeht Er sieht immer noch nicht was da abgeht Vor dir Auch im Boden Extrem viele Skeletthände Nach den Leuten hauen Und euch Behindern Und fortgehen Beziehungsweise jetzt nicht mehr Jetzt nicht mehr Weil Pipipupu Uns da Gebufft hat oder was Genau Ja dann Gehe ich da durch Klatsche mit allen Händen So ein bisschen ab Oha Alles klar Dann gehst du da durch Löst dadurch Natürlich einen neuen Implosionsspell aus Und du machst wieder einen Fortitude Safe Das ist ein Fail Das heißt auch du Kriegst 85 Damage Und die Implosion Ist jetzt auf die drauf Und dann Will ich den Exploiten Da unten Esotierig Bin bam Das ist ein Success glaube ich nur Wie waren da die Regeln Für Basic Checks Jetzt kommt es dann aufs Level an Von den Typen Nee auf dein Auf meins Okay Das heißt mit Level 19 Ist es dann 20 plus 19 Oder Also DC ist 39 Mit Level 19 Dann ist es 20 plus Level Okay Post Ja dann Success Ich glaube du müsstest mir Jetzt dann auch Eine Schwäche verraten Aber ich schaue nochmal Success Learning jetzt heißt Weakness Heißt Weakness Er hat keine Fantastisch Du weißt schon Dass du dann aber Eine eigene Schwäche erfinden kannst Ich quasi anschmitteln Oder meinst du jetzt Ihnen Dass er Weil er kriegt ja Er kriegt ja Seine Schwäche Kriegt er ja Trotzdem Das ist ja nicht Abhängig von dem Was er wirklich Ja Ja alles gut Kann man sich hier Hinstellen Oder sind das Bücherregale Die fest sind Das sind feste Vitrine Das ist eine Vitrine Dann laufe ich Auf denen sehr interessante Sachen draufstehen Dann laufe ich bis hier rüber Und Out of Flurry of blows Achso nein Ja Zu spät Hier mit einem Flurry Dann mache ich das Next round Okay schwerverletzt Was für ein Schwäche Oh dann Shield raising Let's see So, das Vieh fliegt hinter dich. Achso, du bist natürlich jetzt auch in der Range von diesem Ding, aber ich gehe mal davon aus, dass es dir egal ist. Ah, hast du sowas von recht. Dann haut er auf dich. Give it to me, baby. Oh, um eins. Baron. Und das Erdelementer versinkt wieder im Boden, schlägt dabei nochmal Häuste zusammen. Und alle Enemies, 30 Foot Emanation, ne, alle Enemies, machen einen Basic Fortitude Save gegen 41. Das ist ein Fail. Dann... Zauber ich... Das ist ja schon witziger. Noch ein Element für Eiwein. Und diesmal nehme ich... Oh, gut, Zweifung, Neumann. Ne. Das ist ja nämlich Luft. Tornados kommen plötzlich 100 Fuß. Ja, gut, trifft alle Gegner. Machen einen Fortitude Save. Okay. Oh, guck mal. Das sind alles Crit Fails. Das heißt, die bekommen alle 88 Bludgeoning Damage. Der Typ wird zerrissen von den Tornados. Und mit nem Egg together fliegt's aber noch immer weg. Okay. Gut. Oh, warte, wann ist denn hier überhaupt? Die Falle hat ja keine Initiative gemacht, eigentlich. Aber ich die immer am Anfang wieder rum. So, wir haben einen Implosionsspell auf Sabbermaul. Der muss jetzt auf den nächsten rüberspringen. Dann würde ich mal sagen, Bruder Knochenruhe. Du machst nochmal einen Fortitude. Ich mach nochmal einen Fortitude. Oh, das ist nicht so. Oh. Das, ähm, ist ein Crit-Fail. Wack. Wieso muss ich das nochmal machen? Na, weil der Implosions-Dings von Sabbermaul halt auf den nächsten Spieler geht. Ich implodiere. Bling. Aber ich weiß gar nicht, wie das dann ist, weil, also wir haben hier jetzt quasi zwei Implosionsspell. Also sind das so wirklich zwei systemte Dinge? Ja. Und... Und... More than one creature per turn with implosion. Okay. Ne, okay, dann geht's eh no way. Das heißt, ich lebe noch, oder was? Oder ist es schon übergesprungen, bevor... Ne, ne, aber du bist jetzt der eine für diese zweite Runde. Achso. Yeah. Fliegt zu selber Maul. Macht eine Rage of Spirits. Ach man. Ja, okay. Ich sag mal, ich sag mal, ihr seid hinter der Wand dafür. Theoretisch ist Puderknochenrohr auch noch drin, aber... Also da ich nur den einen oberhalb von Serras sehe, werde ich ihn auch handen mit meinen Fähigkeiten. Hm. Wenn ich irgend sowas sag mit meinen Fähigkeiten, dann meine ich Archers Aimer. Ich lasse mich jedes Mal drücken. Das darfst du ja nicht mehr sagen, sonst geht's vorbei. Machst du noch die Saves? Okay, und dann versuche ich ihn noch mal zu hippen. Ah, Taku. Sehr wahr. Oh, ich hab dich da ausgewählt. Drief den 40 den ober mir? Ja. Hat's gerecht. Ja. Das war eine Action. Zweite Action. Herlaufend. Dritte Action. Raise Shield. Da schiebe ich mich rein. Ich war noch nicht. Dann renne ich auch durch die Tür. Ja. Dann gebe ich ihm einen Healing Potion für sich ein. Okay. 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 Hm, ist der lecker. Diese Amplosion ist immer noch unterwegs, der eine weiß. Ja, und jetzt wieder durch dich. Endlich lang dann, oder wie? Ja, das ist bullshit. Sustained for up to one minute. Okay. Auf die Bekucko. Auf die Bekucko. Warte, bist du jetzt gerade wieder durch den Türrahmen gegangen? Da reinrennt. Ja, das ist mega. Wenn ich raus schaue, mal, ob es dann auch kommt. Äh. Ja, doch. Passes through the doorway. Du wirst wenigstens abgibt's. Pipipupu. Pipipupu exkludiert. Pipipupu exkludiert. Ja, dann. Pipipupu, nein. Ihr seht einfach nur, wie Pipipupu da reinrennt, eine riesige Explosion auslöst, dann seht ihr nur, wie er rausläuft und noch mal explodiert und dann liegt er drunter. Na dann, mein Elementar verschwindet. Und dabei macht's nur so einen Luftstoß auf den Gegner, man macht dann Fortitude Safe gegen 41. Nein, er schafft es diesmal, wie bitter. Dann bekommt er keinen Schaden, ist auch nicht Prawn. Dann, Sabarmoroll zaubert. Den folgenden Spell. Und zwar kommt ein Blitz vom Himmel. Drifft den Gegner. Sabarmoroll ist 4. Er macht einen Reflex-Safe. Schafft er auch, macht er. Und Sabarmorolls Klau und Blitzen auf. Mit dem Ektruggerer laufe ich weg, was ich gleich mache. Und Sabarmoroll fliegt auf dieses Ding ein. Erste Mal, dass er einen Crit gemacht hat. Opportunity. Let's do this. Die Klaue kommt von vorne und von hinten lächle ich ihn einfach ab. Er lebt noch. Er lebt noch, ja? Ich bewege mich aber noch weit weg, es geht. Kann ich mich selbst eigentlich Battle-Medicinen? Okay, das sollst du schauen, oder? Sicher. Ja. Na dann. Du hast halt dann die Community genug, wie alle anderen. Ich bleib dort einfach mal. Äh, exploite den da unten. Das heißt, Sierra und Sabarmoroll kriegen auch Plus 1 AC. Oh, warte. Ja, es geht sich aus. Ähm. Bum, bum, bum. Ja, geht da noch hin. Stimm dazu, Lesser Cover als. Rage of Spirits. Alle in 30 Fuß Reichweite. Ja, das ist blöd, dass wir dann die größte Brust machen. Der Bruder auch noch. Bruder auch. 15 Void der Menschen. Nein, das wäre so schlimm gewesen. Ich werde erst mal weiter reingehen. Damit ich sehe, was los ist. Jawohl. Das freut mich doch zu hören, denn damit löst du natürlich die Falle auch wieder aus. Und du machst einen Fortitude-Safe. Oh. Das ist ein kritischer Fall. Warte. Ich mach's also nochmal. Dann kriegst du 85 Damage. Das ist okay. Und dann hante ich jetzt den bei Sierra. Mit meinen Fähigkeiten. Und dann mach ich hier nichts mehr, weil er ist tot. Nice. Es geht nicht free, weil du als allererste Action das machen musst. Und ein Move ist auch eine Action. Welches geht nicht? Hunt Prey ist nicht gratis, wenn du es erst nachmufen musst. Ach so, stimmt. Ist egal, weil er gestorben ist, aber halt nur für das nächste Mal. Es wäre dann halt, weiß ich gar nicht, wie viel dann weniger, weniger Schaden, oder? Harte VIP. Ach so, naja, bitte. Dann hätte ich halt nochmal drauf geschossen, im schlimmsten Fall, dann wäre er bestimmt gestorben. Das ist keine Christus. Ich hab, glaub ich, einfach noch irgendein Feed, wo das eine Gratis-Section ist. Irgendwo. Ich mag's da auch nicht raussuchen, du kannst es gerne suchen, wenn du magst. Was geht's, wenn du juckst? Ich finde auch. We hunt Prey, was sind das für Vorteile, wenn das Viech nicht da ist? Bonus Damage. Ich steige die Abflügeldamage. Ist auf jeden Fall unwichtig. Jetzt macht erstmal Serra seine Runde. Es ist noch irgendwas da. Nun, ne Falle, die Sustained gerade deine ganze Party killt, ja. Äh, von wo ausgehen, aber nicht die Tür, oder? Tür war doch. Oh, sollten wir wohl langsam gecheckt haben. Gut, dann lass ich mal Pipipupu sterben für den Kommentar. Schau mich mal, ob ich was anderes cooles finde. Nein, 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 nein. Oh, und natürlich schafft er es. Serra MVP. Die Falle sind schafft. Ja, schnickschnack fertig, warum nicht erklären. Ich weiß halt nicht, wie das gedacht ist mit dem Spell jetzt eigentlich, weil, keine Ahnung. Ich würde mal sagen, die Falle ist weg, deswegen kann die auch nichts mehr sustainen. Deswegen ist der Spell zu Ende. Skeletthände verschwinden auch. Ja. Das tat weh. Bruder. Bruder, kommt. Ja, mein Bruder. Ich heile. Pipipupu, boom. Der große Pipipupu, ich lande auf seinem Bauch. Serra hat euch nur verarscht, der hat es gar nicht entschärft, ihr stirbt, also. Der große Pipipupu am Boden. Ich stabilise ihn mal, weil Battle Medicine kann ich ihn noch nicht. Äh, Treat Wunden kann ich noch nicht. Aber er ist schon mal nicht mehr sterbend. Durchsuch dir den Raum, ich verarzte uns dabei hier eine Zeit lang. Ich setze mich hin, das sieht echt krass aus. Konzentriere mich vor allem auf diese schönen Vitrinen, das sind den Haupttisch. Natürlich tust du das. Und du findest auch einiges. Du kannst battle, Madison. Ja, soll ich? Das bringt mir Sorge, hab ich nix. Er ist immun. Ach so. Schade. Ja, dann. Fuck you, schau. Was ist das für ein Buch hier auf dem Tisch? Finger weg. Sehr viel Crab. Ein Rotes. Sucht mal mindestens für 10 Minuten, dankeschön. So, ich heil uns dabei hier. Okay, wenn ihr sowieso 10 Minuten sucht, dann... Ähm... Gebt mir doch mal alle, die da gerade am Rumsuchen sind, also nicht die, die andere Leute heilen oder so, einen Nature oder Perception Check. Ich schlage auf die Tür ein. Du lachst, weißt du, und ich zeig dir die Natural 20 in Nature. Nice. Ähm... Der Baron. Du findest an der Unterseite, direkt unter dir quasi dieses Raumes, findest du so eine kleine... Ja, so eine kleine versteckte Kammer, beziehungsweise du spürst, dass da irgend so ein Schattenportal versteckt ist, das anscheinend in eine Kammer führt. Und Bunny, du findest oben rechts, nämlich hier, findest du was ähnliches. Du findest da auch so eine Art, ähm, schattiges Etwas, durch das man anscheinend durchfassen kann. Und jetzt bräuchtet ihr aber jemanden, der, ja, entweder Arcana oder Okkultismus kann, um diese Sachen zu bedienen. Ich kann ein bisschen, ok, ne? Warte. Das ist ein bisschen zu wenig. Auch, ok, schade. Naja, dann halt nicht. Vielleicht, äh... Vielleicht darf ich ja... ...mein Computer spackt. Vielleicht darf ich ja eine Natural 20, oder auch nicht. Ich hab's versucht. Sie hat es versucht. Hier ist ein Portal. Ja, hier auch. Wer von euch kennt sich mit Arcanenkünsten aus, hm? Ich, aber ich bin grad bis zum Ellbogen in Bibipupu. Das glaub ich gerne. In den Fettschwülzen greift er so rein. Buchstäblich. Und hier unten kann man einfach durch, oder? Nein. Genau das gleiche Problem. Da ist irgendwas. Du... Ihr spürt diese schattigen Verbindungen, aber ihr könnt damit nichts tun. Ja, dann warten wir doch einfach auf, äh, den Bruder. Ich brauche auch ein bisschen Heilung. Ich bin gleich fertig. Ich... Es hilft dir dabei besser, mein Schild zu reparieren. Dann zeige ich einen Schaal in die Luft. Baby-Bo-Bo, vielleicht etwas für dich, wenn du tanzt. Kraftes Ei, please. Nimm deine Tiere hin. Wo gehst du hin? Der Rest ist nix. Ich bin aber nicht so gut in craften. Hast du nicht trained, oder? Ah, trained. Ja, trained. Okay, ja. Besser als ich. Let's go. Okay. Also, wenn du keine Invested Slots mehr hast, dann nehm ich's halt. Ich kann alle Invested Slots machen. Wenn gehen wir die ganzen... Wer bekommt die ganze... So. Wo war das? Ja, 12 statt 10 wahrscheinlich. Ja. Also, ich lass es da noch in diesen Shelfs drin. Ich drück's mir gleich in Sorge. Zack. Oh Gott, was ist denn das alles da unten? Oh Gott, was ist denn das alles da unten? Okay. Arcane und Divine. Found in Death. Arcane Divine Okkult. Ich würde das Vest geben. Die kennt sich mit sowas aus. Kann sogar 16 Invested Datums haben. Okay. Ja, ich zeigte auf diese Scrolls... Nehmt, was er benutzen könnte. Den Rest verkaufen wir. Lass alles mal drin. Äh, Scrollsadvocate hat sich doch gemäßt an. Da am Tisch haben wir eigentlich das Kunden. Schauen wir uns das hier mal genauer an. Hier sind ganz schön viele Unterlagen. Wir brauchen nur einen persönlichen Gegenstand. Von ihm und von Balcik. Was macht Bani? Wieso steckt sich Bani dieses Scrolls ein? Bani, was macht ihr da? Die könnt ihr auch nicht mal lesen. Ich kenn jemanden, der lesen kann. Ich kenn Jusen. Dafür haben wir jetzt eh keine Zeit. Ihr werdet euch vor Gericht noch verantworten müssen. Äh, woher... Ich hab... Ich kann den Brief nicht lesen. Also, ich... Weiß nicht, wo ich hin soll. Also, es ist mir egal. Ich flieg einfach weg, wenn's soweit ist. Was wollen wir hier eigentlich nochmal? Ein Gegenstand von Chemnibi und von Balcik. Na dann. Wo sind diese Gegenstände? Warum haben wir die noch nicht gefunden? Sind doch schon hier in seinem Büro. Mit seinem hässlichen Sofa. Vielleicht müssen wir hier durch diese Schatten-Dinger. Ja dann, Bruder. Mach mal, bitte. Was liegt hier auf einem Pfeift? Ich mach hier mal mein Ding. Okkul oder Karnabas, oder? Ja. Das hab ich ja zu schlecht. Das... Reicht tatsächlich ganz genau. Perfekt. Wo hast du das jetzt gemacht? Ähm... Da oben. Okay, alles klar. Probierst du damit quasi umzugehen? Und... Ähm... Ja, du stellst in der Tat fest... Ähm... Hier gibt's irgendwie so eine Verbindung... zur Shadowplane anscheinend. Also... Wenn man das richtig handhabt hier... Da bräuchtest du jetzt aber nochmal die Unterstützung von wem. Ähm... Orgasmus, Religion... Oder... Thievery. Na dann, du wirst mal noch. Ich komme vor... Mit Nature God? Du brauchst Hilfe. Ja. Es geht auch Shadowplane-Lore. Das habt ihr bestimmt alle. Ja. Ja. Ich hab Swap-Lore. Swap-Lore ist schon mal super, ja. Das passt. Ganz genau. Mein Cousin ist Shrek. Wer möchte noch sein Glück versuchen? 29 reicht leider nicht vom Baron. Mein Creed ist nicht so gut wie 2. Nein. Wir müssen nur 42 oder höher. Ich mach Hero Points aus. Okay. Mein Natural 20 würde ich verhindern. Kann ich auch nochmal rollen oder ist das wurscht? Ich lasse dann einfach mal die Zeit so ein bisschen vergehen. Ja, dann rollt gerne nochmal. Das reicht, okay. So, dann müsstet ihr jetzt noch. Leider ist nämlich das nicht alles. Jemand von euch muss einen Spell-Slot von mindestens Stufe 8 dafür opfern. Mach ich. Oder einen Spell mit Light oder Dark Traits. Dann muss er nur Level 6 sein, oder? Dann hab ich nicht. Dann opfere ich meine Monstrosity-Form. Und die, äh, dieses Schattenzeug wird stabilisiert. Und ihr entdeckt dahinter eine Art Safe. Einen kleinen Tresor. Der betet, man. Der betet, man. Und verrasst man, man. Tja, er halt nicht. Vielleicht kann man das, äh, mit Religion herausfinden, ob dieser Knoten für einen bestimmten Gott ist. Lass mich mal gucken. Guck du mal. Warum nehmt ihr diesen Knoten? Ja, also das ist, ähm... Vor allem weißt du genau, oh, das ist vor allem so ein komischer Knoten. Den benutzen, äh, ganz oft irgendwelche erleuchtete Mönche oder so. Zum Beten. Nehmt ihr doch mit, wenn das so ein Scheiß ist. Bruder Serra, ich hab sowas schon mal gesehen. Mein Bruder im Kloster hatte sowas auch. Ich bin der Monk hier. Wie viele Brüder habt ihr eigentlich? Ihr seid alle meine... Die ganze Welt sind meine Brüder. Sogar man sich wickst. Sogar man sich wickst. Nein, nicht mehr. Bin schon aufgestanden. Okay. Ja, das ist... Eventuell, wenn das hier sowieso so gut versteckt ist, ist das sogar... Ein, ein, äh, kleine, äh... Ein kleines Habel. Ein kleines Habel von dem guten Bulgy. Also genau das, was ihr eigentlich gesucht hattet. Perfekt. Zum zweiten Portal. Gleiche Regeln gelten hier. Wo war das dann, ne was? Let's go. Hier in der Mitte. Ich hab nicht so gut geholfen. Zwei erfolgreiche Checks und einen Spell-Slot. Okkultismus passt. Ein Success. Und Nature von Bunny passt auch. Wow. Dann schaffen es Bruder Knochenruhe und Bunny. Naja. Ein Spell muss noch geopfert werden. Ich hab aber nur noch einen Spell zu Level 7 anzubieten. Ich glaub das ist, weiß ich nicht, das wird nicht das Trade. Aber es leuchtet alles in Licht. Aber es steht auch Light. Für mich steht das Trade nicht Light dabei. Doch. Multi-colored Light. Ja, im Text schon, aber im Trade. Ja, wenn du Chromatic Armor holst. Ach da, der Chromatic Armor. Ja, da steht Light. Stimmt. Aber das ist ein Level 4 Spell. Achso, warte mal. Ah, da steht Spell 7. Warte, ich muss schauen, woher ich das hab. Durch Prismatic Gaze. Ich hab mich dabei. Deswegen weiß ich's nicht. Aber wenn Chromatic Dings und das sieht vom Icon fast genauso aus. Wenn das halt Light ist, dann ist dieses Prismatic bestimmt auch. Ich mein, es sind Prismen. Es muss ja eigentlich Licht sein. Eben. Okay, dann kannst du den opfern. Damit wird das dann funktionieren. Okay. Und auch hier. Es wird stabilisiert und ihr seht, dass sich dahinter eine Art Raum befindet. Ich schaue mir den Durchgang an nach Fallen. Mhm. Hebe mein Schild. Ich sehe keine Falle, Schaber. Ja, also das, was du auf jeden Fall darin siehst, sind, dass da mehrere Betten drin stehen, auf denen jeweils irgendwas zugedeckt draufliegt. Das hat die Form eines Körpers jeweils. Erinnert euch bereit. Es könnten Vampire sein. Oder andere und oder. Noch schwer verletzt. Wartet mal. Was wissen wir denn über Kim Nebi? Ich kann mir denken, was es ist. Er ist ein Kack-Vampir. Aber er ist ja ein Vettelarana. Du erinnerst dich bestimmt am besten noch, dass ein Vettelarana genau ist. Du hast ja einen gespielt. Ich weiß ja, dass sie theoretisch andere ins Koma bringen können und dann sich... ...an dem Ort wiederbeleben können, an dem diese komatöse Person liegt. Mhm. Alter krank. Trotzdem bin ich low. Ich gehe da nicht drin. Seid vorsichtig, ja. Ich bin bereit. Nein. Ich bin bereit. Dann steppe ich vorwärts. Mhm. Gehst rein. Also bis höher. Passiert da gar nichts. Nichts passiert. Ist dieser T-Shirt oder was erhöht? Und diese Plane da? Kann ich schon drunter schauen? Ähm, das ist irgendwie, das ist eher so... Das ist eine ganz kleine Erhöhung und darauf liegt wie so eine Art Kissen eigentlich, also... ...dass man sich vielleicht da drauf knien kann. Du siehst auch direkt vor dir siehst du halt auch eine Statue von Orgatoa. Ja. Also ein Beet, alter Albus. Dann schaue ich mir. Gehe da links einmal näher an. Erst einmal ohne anzufassen. Mhm. Ja, ein kleines, aber feines Bett. Jetzt nicht wirklich gemütlich, aber ausreichend. Und darauf siehst du halt zugedeckt, dass das aussieht wie ein Körper. Dann mache ich das bei allen Vieren, ob es da irgendwelche Anzeichen gibt für abnormale Körperformen, mehrere Arme, Beine, Köpfe, genau. Gar nicht. Im Gegenteil sogar. Die sehen auf jeden Fall von der Form her aus sehr gut trainiert aus und auch gesund. Ihr gesunde, durchtrainierte Körperunterlagen. Was tun wir, Baron? Weiß ich das über Kim Nebi, was ich als Spieler weiß mit dem Baron? Natürlich, weil Geb euch das auch nochmal erzählt hat und euch ja ausdrücklich auch gesagt hat, ihr sollt die Puppen, die er überall wahrscheinlich aufgestellt hat, mit denen er sich wahrscheinlich wiederbeleben kann, sollt ihr vorher ausschalten, bevor ihr ihn ausschaltet. Dann wissen wir, was wir zu tun haben. Dann wissen wir, was wir zu tun haben. Immerhin muss ich die Hände schmutzig machen. Also dieses Pendant, schau dir mal an, was ich da in die Stash geworfen habe, vom Okkultismus. Schau aus. Auch wenn es Low Level ist, kriegst ein Plus Eins zu Bote Okkultism Checks. Stash. Ich hab's nochmal gepostet. Danke. Der Dancing Scar für Pipipupu, wenn er noch nichts für Performance hat. Ja, dann das loslegen. Ah, ja, diese Wand. Du wirst nichts. Endlich hab ich zwei Augen. Krass, geil und das Country. Rock. Mit solchen Zaubern kann ich nichts anfangen. Dann lasst uns sie vernichten. Rechts angefangen. Was tust du? Ich warte, bis die Leute... Kommt rein. Es kommt keiner rein, natürlich. Außer dem Baron. Trauen sich nicht. Ich setze mich auf deine Schulter. Ist genug Platz, um neben dem Bett zu stehen? Ja. Aron auf die andere Seite. Oder umgekehrt. Ich geh auf die Seite. Aron auf die andere Seite. Hebe mein Schwert und mein Schild und steche auf den Kopf ein. Das trifft sogar mit einem kritischen Treffer natürlich. Vor allem, als Link da ist. Mach mal Damage. Also Crit. Glory of Blows natürlich. Oh, war das Crit? Achso, entschuldigt. So, das ist dann quasi der erste Angriff. Und natürlich wachen plötzlich diese Leute auf. Sie alle gleichzeitig aufwachen. Frech. Ich weiß nicht, warum die anderen Tokens nicht auch erschienen sind. Aber da sind sie. Das müsstest du... Also eigentlich sollte Sarah gegen alle vier kämpfen. wie in einem Martial-Arts-Film. Wie in einem Martial-Arts-Film. Anni rollt mit Okkultismus. Flick, flick! Nein. Boah, da hat er Angst vor dir. So, aber eigentlich habe ich mich so platziert, dass der Typ zwischen uns ist. Wenn ich einen Demoralized-Dings-Critical-Succeede und er ein niedriges Level als ich hat, stopp. Ich so, ja. Was für... Also hat er ein niedriges Level als 19? Ja. Dann ist der... Fleeing und Frightened 2. So. Dann starte ich. Er wacht auf. Er wacht auf. Er ist übelst geschockt von dieser Ratte und will wegrennen. Ein Schwert in seinen Kopf gestochen. Sieht er das Laken weg. Wie witziger, wenn das ein weiblicher Token gewesen wäre. So, suche ich mir Force aus. Alles wieder goldener Schimmer, Super Surgeon mäßig. Und natürlich wieder... Flurry of Blows. Das kennt er ja schon. Boom, boom. Und mit der letzten Action raise ich mein Schild. Oh Gott! Fleeing und Frightened 2. Aber, das geht so aus. Ich exploite diesen Charlinetypen da unten. Ich mach es. Mhm, klappt. Hat er eine Weakness? Bestimmt hat er eine, die du uns jetzt erzählst. Also nein. Erzähl du uns, was entdeckst du für eine Weakness? Äh, dieser Charlinetyp, der hat bestimmt eine Weakness gegen ganz spitze Gegenstände. Sein ganzes Training mit den, was ich auf die Lanzen drauf legt, da war er immer ganz schlecht. Ich sehe es in seinen Augen. So, was machen wir da noch? Machen wir einen Step da mal, okay. So schaut das aus da drin. Hm. Echt, Schilder mal, mach mich bereit. Heilen. Michelle Obama da unten ist dran. Ja, passt. Chill, Junge. Step nach rechts. Verfehlt natürlich. Tja, schade lahm. Too weak. Cybermaul zaubert. Wobei die haben bestimmt einen eisernen Mönzwillen, aber egal. Cybermaul zaubert trotzdem. Auf Level 3. Ein 4. Auf alle Gegner. Und der eine ist schon, äh, fliegen. Warte mal, dann delay ich jetzt mal. So, dieser hier springt auf. Versucht Bunny einzukreisen. Schlägt und trifft. Plus 1 AC von mir nicht. Das war's? Du kriegst Plus 1 AC von mir, aber das bringt dir nichts. Ne, das bringt nichts. So, und du wirst auch... Du bist auch grabbed. Oh. Okay. Dann ist die Puppe dran. Ciao. Ciao. Flieing vom Baron. Ich denke auf Opportunität. Er kommt nicht weg. Also erste Action Interrupted. Ah, und weil er seine Runde in meinem... Wenn er Corona startet, kriegt er 2 D6 Force Damage. So, dann ist die dran. Geht hier hoch. So, ich geh mal davon aus, dass das nicht automatisch geht. Aber... Sie greift dich an. Oh doch, es geht. Okay, cool. Dadurch, dass du halt gegrabt wirst und irgendwie schaffen es die Puppen halt, sind voll abgestimmt und so. Und wenn die miteinander kooperieren, machen sie mehr Damage. Und weil du gegrabt bist von dem einen, macht diese hier jetzt quasi mehr Damage auf dich. Bam! Und noch eine fette Kombo. Zwei Hieben Kick. Pipipupu-Chilt. Pipipupu-Chilt. Pipipupu-Chilt ist das Bananen. Wow. Ähm, was muss ich für ein Check machen, wenn ich mich befreien will? Athletic? Pipipupu-Chilt. Pipipupu-Chilt. Oh Gott. Okay. Komms raus. Du bist doch so stark. Ich bin dran. Stamm. Ich mach mich rein. Hä? Deine Ahnung. Bin ich jetzt dran oder nicht? Ja, ja, mach ja. Ja, na dann. Ähm. Hm. Ich steppe mal hier hin. Und dann schieße ich. Ich hante diese Frau unten in der Ecke und ich schieße sie mit meinen Fähigkeiten auf sie. Moment, befreist dich? Wenn du dich steppst und hantest dann, dann sind deine Actions schade. Ach, ja, stimmt. Ach, Mist. Warte, dann mache ich ohne Hantest Aim, dann mache ich das halt leider. Obwohl es ein Kripp war. Nirgendwann musst du es lernen, junge Dame. Das ist sehr komisch, wenn du das zu mir sagst. Wenn ich der DM, hättest du da ja deine Action versaut. So. Nicht. So, die unten in der Ecke. Unten rechts, die habe ich angegriffen. Ja, dann freuen wir uns ja schon alle auf die nächste Kampagne, wo Serra DM ist. Wir werden nichts treffen. So, ich bin dran. Und zwar Pipipopo. Nein, wie heißt es? Ist aber mal all casted. Freiton Level 7. Flame Dancer auf sich selbst. Und dann. Act Together. Ich zaubere auf Dingens. Boost Eidolon. Und dann schießt sie auf Egal, ob sie da vorne. Einen Blitz, der mit Feuer verstärkt wurde. Das war's. So. Naja. Es gibt ein williges Opfer. Das haue ich da mal drauf. Und zwar. Komm. Machen wir es mit One Inch Punch Free Actions. Attack. Es muss mindestens eine 10 sein. Das heißt 43. Aber es macht keinen Unterschied. Ruder Knochenruh. Ruder Knochenruh. Ruder Knochenruh. So. Mein Bruder. Der Shaolin da unten. Wird Intense ausgenutzt. Dann steppe ich da nach unten. Oder ich kletter da rauf. Dings. Dann mache ich irgendwie Freezen. Plus 2 dazu. Naja, der ist ja vulnerable zu Piercing Damage, oder? Aber ich mache kein Piercing. Ja, aber du hast gesagt spitze Sachen. Das ist doch Piercing, oder nicht? Das ist nur Flavor. Das ist nicht wirklich... Leider. Schade. Also, wenn es irgendwie... Oh, oder schade. Ich glaube, es wäre cooler, wenn du dann also so eine Schwäche ansagst, wie ja, das Bruder Knochenruh bemerkt. Dass der irgendwie, keine Ahnung, schon eine Wunde irgendwie an der Seite hat und so. Und keine Ahnung, dass er da irgendwie dann... Weil das sind ja Sachen, die kannst eigentlich nur du so richtig ausnutzen, ne? Ähm, großteils ja. Also bis auf das Shared Warding, das halt wie eine AC kriegt, aber sonst ist eigentlich nur für mich. Er ist allergisch gegen Zitrone. Ich habe Zitronensaft. So was, ja. Ich habe zufällig eine Zitrone auf meinem Gürtel hängen und deswegen hat er Angst vor mir. Hat am besten irgendeinen Scheiß, was nichts mit den normalen Schwächen zu tun hat, die man so haben kann. Also nichts Elementares oder so. Also es passt, weil der sowieso eine Schwäche hat. Ja, ich rede halt die ganze Zeit von diesen Trinkets am Gürtel und keine Ahnung, da ziehe ich halt irgendwas raus und so Konstantin-mäßig und dann stockt er gar nicht. Aber ja, ich las mir da irgendwas einfallen. Aber leider ist die Kampagne welt vorbei. Es ist Force Damage, die sind hier. Ja, alles gut. Für Game Navy kannst du dir schon mal was einfallen lassen. Und die probiert hier das One-on-One, Alter. Das war close. Sie denkt halt auch, sie wäre ein krasser Mönch, aber irgendwie... Weil ich das Schild nicht oben hab. Das ist knapp. Ja, ist sie bestimmt da, oder? Was sie für ein Wettel wird. Uh, schade, lah. 16. Der ist eigentlich schon krass, wenn wir uns... Ja, es ist schon krass, aber halt im Vergleich mit euch ist es halt... Wir sind halt Götter, Halbgötter. Ich brauche nicht mal ein Schild, dass sie mich verfehlt. Sieht schon lazy der Gefährdisten aus. So, der Typ. Der blutet. Verfehlt leider Bruder Knochenruf. Und verfehlt ihn noch mal. Dann steppt er hierhin. Miau. So, der Typ. Fliegen ist nur für eine Runde. Ja. Dann fliegt er nicht mehr. Sondern rennt hierhin. Und verfehlt mal wieder. Bunny dodge. Oh. Bunny au. Bunny stirbt. Jun Lee, steppt hierhin. Tu es nicht, Jun Lee. Warp and Cake. Und dann spinnt sie hier rum, Alter. Aus dem Handstand raus, spinnt sie hier rum wie ein Helikopter und tritt hier voll in die Schnauze. Ich gehe einfach zu Boden. Das war zu krass von Jun Lee. Geh gucken. Und schießt hier einen Energieball auf. Nee. Sie chillt hier. Pipipupu, was machst du? Pipipupu frisst Bananen. Pipipupu, was? Dann fängt wieder Sabbermaul an zu zaubern. Klingt so Sabbermaul, ja. Natürlich. Dann Level 6. Ist egal, ja. Level 6. Wieder ein Licht. Ein Lightning, ein Blitz, der auf diesen Mönch hier zuschießt, dann in Sabbermaul reinfliegt. Er macht einen Reflex-Safe. Welcher? Der vor Sabbermaul? Nee. Alter. Wie man sich einen Mönch vorstellt. Das ist halt echt so, aber der Blitz drückt mich, lädt meine Klauen elektrisch auf. Und mit einem Egg together natürlich verstärke ich meinen Eidolon. Und schieße einen Blitz, auf den der fast tot ist. Der Blitz drückt mich für 112 Damage. Neeein! Doch, so. Ist die erste Tote. Und der Blitz geht für 5 Damage auf die beiden hier. 10 Feet, okay, nur auf Chun-Li noch. 5 Damage auf Chun-Li. Ich raise das Shield und mache Double Deku. Jawoll. Und dann laufe ich vorwärts. Sie lebt nicht. Bleib hier, du feiger Hund! Die können eh nicht reden. Die können eh nicht reden. Okay. Die sehen halt alle, man sieht halt direkt, dass die halt kontrolliert werden, irgendwie so. Nicht wirklich ihren eigenen Willen haben. Exploite den wieder. also 10 Exploits. Ich zeige ihm nochmal die Zitrone. Nein, keine Zitrone! Doch. Es brennt in den Augen. Meine einzige Schwäche. Was tut ihr da? Kung Lao, hasst doch Zitronen, ihr grausamen Leute. Aber der hat gar keinen Hut. Der wurde ihm geklaut. Aber jetzt weißt du auch, warum der immer eine Hut auf hat. Der hat nämlich eine Klatze drunter. Und da hat er schon immer Zitronen auf den Schädel geworfen bekommen. Mit Angst. Damit wurde er gefoltert in seiner Kindheit. Die haben Zitronen immer auf die Klatze gelögt. Sind da nie Haare gewachsen. Der wird ihm seine Runde in meiner Corona. Halt, stopp. Ich würde gerne meine Reaction lassen. Und zwar bist du in Middle Range gegen mich gerannt. Das heißt, eine Fee macht einen kleinen Trick und verschwindet einfach plötzlich. Oh, das ist doch ein Step. Geht das auch mit Step? Weiß nicht. Und den wir in See ist halt, was du halt als Trigger festlegst. No. Und wenn du sagst, dann in der Move Action in meiner Richtung, wenn du es erlaubst. Okay. Yes. Dann würde ich Invisible werden, Level 4. Okay. Ist ihm aber auch egal, weil er hat es eh auf Bruderknochen überhaupt gesehen. Ja, ich würde nur Invisible sein. Und natürlich verfehlt er. Dafür habe ich die ganzen Jahre trainiert. Oh, boy. Oh, boy. Und jetzt Dein 3. Ja. Damn. Hättet ihr doch nur einen Heiler. Und Chun-Li setzt zum alles vernichten einen Schlag gegen... Ja, natürlich. Natürlich. Sie reißt es raus, Mann. Tunesi stärkst von dir, ne? Ist echt so, ja. Und du bist gegrappt von ihr. Hey, was soll das? Du entkommst mir nicht und holt! Pipipopo, helft uns! Banana. Fui weiter. Weißt du ja nicht, vielleicht kommt ihr am Ende nochmal rein und frisst die alle auf. Du holst dich ein paar Kills ab? Nö. Für zwei Actions. Naja, das ergibt keinen Sinn. Für zwei Actions. Level 5. Oh, ne? Level 6. Zaubert, äh... Wie heißt sie? Sabber mal in Slow auf alle Gegner. Alle machen in Fortitude Saves. Ja. Dann hast du alle sind Slowed 1 für eine Minute und Chun-Li ist Slowed 2 für eine Minute. Dann act together booste ich natürlich mein Tierchen und das Tierchen schlägt mit einem Larkamp-Angriff drauf. Das war's, man. Jetzt wird schon wenigstens machen können, es ist vorbei. Ja. Das war's. Du da. 1, 2 Boy, oh boy. Hat nicht getroffen. Diese war ausbaut, oder? Das sie auch. Raid, shield. Los, take cover, hinter shield. Jetzt schauen wir mal, wie sie mich trifft. Hahaha. Wer hat dich bei dir wohl? Mhm. Ja, Exploits. Corona. wieder am bluten das gefällt mir jawohl verdammt sieht wie du dich hinter einem schild versteckst ich wusste es wegzulaufen bam slam mit ihrer faust einfach auf die ratte nein tut sie nicht alles hat sich nur im gehirn des barons abgespielt dass die dahin kommt und sie schlägt aber serra rettet ihn im letzten moment zack oh warte du hast dir nicht grabt eingetragen oder ne hat er nicht da fehlen jetzt nämlich noch damage du kriegst nochmal 9 damage ach jetzt ist es dabei haha ok ähm schafft er das könnte es schaffen ach da haben wir mal was passiert uh ok nice jetzt bin ich nur noch 2 oder ja ja ok nice Wanny kämpft ums äh sterben wir sagen dir dann ob sie gestorben sind oder nicht hm tja schon die sagen wir alle einfach ja oder 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 ja hat nur eine Action Gott sei Dank oder Bruder die Jona Flusser und sehr was ist besetzt hat sie noch nicht auszahlt keine Sorge Pipi Puppe wie jetzt die Welt du bist jetzt auch nicht mehr grabbt sie hat keine Action dafür Pipi Puppe mhm er frisst noch eine Banane der Baron sitzt am Boden schält eine Banane mit seinen Beinen er kommt ja nach draußen der ganze Boden liegt voller Bananenschein kann ich in der Invisible auf dem Zettbeifassen und der Baron verschwindet dann act together wird natürlich mein Tier verstärkt oder warte mal ach ne warte mal bring ich dich auch um na gut dann verstärken wir mal mein Tier und auf geht's und auf geht's steht immer noch was wie töd ich ja dann geh ich vor eins zwei so ihm vorbei sliveren einfach den Kopf ab ernt nach dem ersten Schlag ist er eigentlich schon tot aber du merkst es gar nicht du machst deine Combo einfach weiter und haust diesen leblosen Körper nochmal weiter ersten Schlag Kopf abschlagen mit dem zweiten so ins Herz reiten oder von oben wo jetzt das Loch ist ja in den Hals rein hebele what the fuck okay so lauf einschlagen es waren zwei und die dritte jetzt kannst du ihn als Waffe benutzen er klebt in deinem Arm improvised weapon lauf ich hier nach hinten sonst töte ich bunny ja dann wird jetzt die exploited wir machen einen Check aufgenommen wovor hat sie Angst deine Freunde sind am sterben du bist am sterben sie? sie hat Angst von Glühwürmchen und ich ziehe ein Glas mit Glühwürmchen aus meinem Gürtel es fangt an zu schreien sie schreit ja du stopfst es jens mal du hast recht man allen da der Opportunitätsschlag kommt natürlich auch von so die schreit die Glühwürmchen sind da und noch einmal und das war's bunny geht mit den Hunden wer will für sie werfen aber trägst du die ganze Zeit dein Shield? oder ist das ein Einhandschwert oder was? was für ein Shield? was für ein Einhandschwert? ja du trägst den bested Sword das man noch mit zwei Händen tragen könnte und dann macht es die 12 Schadenstunden und deine Implements in der anderen Hand genau also meine Waffe ist auch mein Implement aber ich ja ich trage es als einhändig ich habe oft nur in der anderen Hand habe ich die ganze Zeit meinen meinen Chalice der halt eine Spritze ist in der Hand na gut die macht einen Dying Throw oder? ja ui huuuu ok dann bleibt sie eigentlich nur in der Familie weißt du aber ich kann es nicht abbrechen machst du Dying 3 draus? weißt du End turn kann ich auch nicht machen tun jetzt Shindley bevor sie stirbt CamNavy kontrolliert die doch bestimmt oder? der würde bestimmt wollen dass sie noch stirbt du musst End Turn film sie drücken ich starte die Runde in meiner Corona Acht vorerst der Mensch jesss dschuldig 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 die ganzen wohnen wir mal ab was ist das eigentlich für ein Bug das ich in der Anzeige oben meines Spills nicht sehe ich muss jedes Mal in den Dingsnuss kommen wenn ich ping so und mit einem Egg together schlagen wir endlich mal ich seh da in den Spills ich seh da in den Spills Niemals wird sie taub sein man sie kann so gut hören kommt noch ne Attacke von Serrat danach ich mach einfach mal hat er nicht schon die Runde? hm was willst du von mir? ich hab sie getroffen kannst sie nicht nochmal hinten hin? naja blöder Knochen ich hab nur eine Reaction dafür dann schlag ich nochmal mit dem Flügel zu ohja Junge und in einer Runde zack erst mit den Klauen verkratzt das Gesicht und mit dem Flügel schlage ich ihr den Kopf dann ab den hässlichen und dann bringt's aber Maul den Kopf zu mir und ich fange an und esse ihn na gut und was mit euren Toten? das ist mir kann ich nichts machen du kannst ihn stabilizen sowas kann ich nicht warte mal ok der Baron hat eigentlich gute Dienste geleistet und ich fliege direkt zum Baron wenn ihr unsichtbar äh ich mein zum Bruder aha jetzt kommt die Wahrheit nämlich raus ok wenn der ja wenn der Baron sagt ich fühl mir das ganze das Jamg angesprochen ja und dann schmiere ich ihn mit dem Öl ein wuh ich habe kurz ein Licht gesehen das war freaky die oh nein dann lassen wir den letzten alles entscheidenden Thro ihr über bis wir wieder zurückkommen oder oder ich halse einfach du bist aber nicht dran achso es ist immer noch achso tschuldigung tschuldigung ich mein gibt es jetzt eine Action mit der man helfen kann den Dying Thro zu erleichtern ist das wirklich so? ich glaube das kann sogar wirklich jeder also wenn ich Stabil eingebe in der Suche von Actions finde er das nicht nicht gehe ich mal auf die normale Seite sie hat eh noch ihren Hero Point oder? eh das ist ein Scheiß stimmt das müsste man oder haben sie den vorhin benutzt? Minister First Eight sie hat noch ihren Hero Point oder? ich mein Stabilize gibt es da eh medicine check gegen 5 plus recovery roll DC 15 also 15 plus dying by room außer bei healers toolkit in der Hand ich meine sie kann ja auch sterben das ist ja kein Problem für mich ich bin nicht der legendärste healer den es gibt das gilt auch bei Tod nicht ja Creature that has been dead for no more than 3 rounds ok aber ich glaube ich mach sie dann untot also sie ist eh schon untot also ihr wärs eigentlich egal ich bin wieder da aber das ist halt effects of a race dead ok cool ich wusste gar nicht dass du das hast das ist gut das heißt Bunny du darfst jetzt entweder deinen Hero Point verwenden um wieder zu leben oder du rollst den alles entscheidenden Roller sie kann eh zuerst würfeln und dann entscheiden ob sie den benutzt achso ok ja ich verwende den Hero Point ich will nicht sterben ja und den Hero Point ist ja gleich Stabilized oder? ja aber du kannst da nicht ok da schau muss ihn nicht mehr verwenden Session ist eh gleich vorbei genau ja und jetzt kommt Bruder Knochenruhen halt dich ok ja dann habe ich ja trotzdem nächstes mal einen Hero Point wenn wir das mal mit einem anfangen ist ja nicht so das ist richtig deswegen ermuntere ich euch ja immer dazu dass ihr die Hero Points auch benutzt bei zwei nimmst du eine mit, bei einem nicht genau nein ich heile uns alle vielleicht darfst du noch was rollen zum Beispiel wer ist das? Würfel oh Gott dann stehe ich mal auf wir wir Puppen weniger die wahren Schwächlinge trotzdem geh ich mit von einem 50 HP nicht rein ja gut jetzt weiß Kim Nebi vermutlich dass wir kommen wenn er das nicht schon vorher gewusst hat das weiß er schon seit Buch 2 oder so ja aber nicht dass diese Leute kommen das ist wohl richtig er soll sich fürchten aber der hat sowieso überall seine Augen und Ohren also der wusste sowieso ja der weiß die ganze Zeit Bescheid gut gut dann habt ihr damit jetzt alle Items sowohl für Ritual wichtiges Ritual als auch für das Geep persönliche Ritual zusammen und ich würde sagen ähm wir beenden dann heute hier auch die Session das passt zeitlich auch sehr gut dann würde ich die Audienz mitgebe dann aufs nächste Mal verschieben und sag euch jetzt auch ihr seid jetzt die maximale Stufe Stufe 20 nein wow au mach ich das noch schnell Nephys sage mir alter lang hat es gedauert oder anderthalb Jahre das fühlt sich umso besser an war am 15 war am 15 war am 15 Charakter oder so naja ich mach das nächste Mal ich geh schlafe ich bin schon um müde Gute Nacht alles geht nächste Woche hau aus da rein tschau tschau Ability Boost let's go Ability Boost Skillfit Traumatwitch fliegt hin ok so alles ok jetzt darfst du ja noch ne neue Sprache aussuchen ja warum am Wert intelligenter mit diesem Level ab aber es ist ja nicht ganz egal ist noch nie vorgekommen aber ich spreche alle Sprachen nur lesen tue ich es nicht alle ok wie alle vielleicht unter Beweis stellen automatisch Tonks oder so an wahrscheinlich wie heißt das Hagen of Sun and Moo ahja Mönchzeug ja 14 feet das ist eigentlich schon krass also grad für Level 14 dass du einfach alle kannst ne kriegen nämlich falls das kommt ja wobei speak and understand das heißt nicht dass man sie lesen kann genau darum geht's ja deswegen nehm ich jetzt noch ne kriegen so was passiert noch monk feet skill feet so liebe Freunde hier im Stream ich schalte mal kurz die Discord Sounds aus und sag mal an wir sind für heute fertig mit unserem kleinen Tabletop Abenteuer wieder ähm genau nächste Woche sehr wahrscheinlich wieder am Start jetzt wird's natürlich interessant im letzten Buch das letzte Buch der Kampagne mit Max Level also Level 20 ähm dann bin ich mal gespannt wie die guten Leute das Ganze beenden werden aber jo ich danke euch wie immer fürs zugucken hoffe ihr fandet es interessant und ansonsten wünsche ich mal ne gute Nacht und natürlich auch frohe Ostern denn äh jetzt ist Ostern es ist Ostersonntag jawoll man alles klar Leute haut da rein vielen Dank fürs Zugucken bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen Ciao, ciao.